Aufnahme. Läuft. Tee oder Kaffee? Ich habe mir eine Ginger-Mate gemixt, was im Grunde einfach nur Mate mit Ginger Ale ist. Aber es schmeckt sehr gut. Ich habe mich diesmal für etwas ganz Neues entschieden. Bei mir gibt es das gute Perlenbacher Festbier. Wird halt wieder eine lustige Sendung. Ja. Handy. Handy habe ich soeben auf stumm und leise und nicht melden gestellt. Ich auch gerade. Und jetzt eine neue Folge von Quokkas im Weltall. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequenz start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown Podcast Folge 58. Ich begrüße euch und ich begrüße auch meinen Mit-Podcaster, den Frank. Hallo Frank. Hallo ihr da draußen und hallo Christopher. Ja, da sind wir wieder. Hörer begrüßen, das machen wir sonst nie. Ich habe mal gedacht, das sollten wir einführen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Hä? Ja, irgendwie es ist irgendwie gefühlt schon lange her, aber dann doch nicht. Ich komme immer ein bisschen durcheinander, wenn ich die Folgen, wenn da so lange zwischen Aufnahmen und Veröffentlichungen liegt und ich weiß es gar nicht, wie lange wir jetzt tatsächlich weg waren für die Hörerinnen von dem her. Wir sind einfach, wir machen einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Genau. Es ist heute der 25. September und das könnte dann die Getränkewahl erklären. Mhm. Ja. Also, wir werden das jetzt einfach mal ignorieren, diese, äh, er, wie nennt man die, erdlichen Ereignisse, weil es geht ja hier um Raumfahrt und das hat ja sehr wenig mit Erde zu tun. Ähm. Naja. Ja. Du klingst, als würdest du was sagen wollen. Ja, ach na ja, es ist, es hat mich halt doch sehr aufgeregt, vor allem wieder mal die Reaktion. Ja, ja, das konnte man ja bei dir am Twitter beobachten. Überhaupt nicht. Minimal, ganz minimal. Nee, äh, es ist halt, es ist halt einfach so gewesen, ähm, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, äh, die letzten Jahrzehnte in der Politik. Ähm, ich sag mal, es gab so diese Montagsdemonstrationen, ähm, die, fingen ja, also ganz ursprünglich gab es ja Montagsdemonstrationen, äh, äh, wegen so Geringfügigkeiten, ne, ähm, als, äh, noch zum letzten Mal in diesem Jahr, äh, der Tag der Deutschen Wiedervereinigung, ne, der Tag der Deutschen Einheit am 17. Juni gefeiert wurde. Natürlich nicht im Ostdeutsch, in Ostdeutschland, sondern im Westen, weil, äh, da fand man es total klasse, dass man 1953, ähm, im Osten, äh, die Köpfe hingehalten hat, um, äh, gegen die Regierung zu demonstrieren, äh, und, äh, einige Leute erschossen wurden. Deswegen hat man dann, äh, im Westen gemeint, man sollte an diesem Tag die Einheit feiern. Äh, diesen Tag durften die Ostdeutschen nie feiern. Naja, gut, äh, daraufhin hat man das ja bekanntlich aus, äh, diversen Anlässen auf den 3. Oktober verschoben und dann nach die Einheit irgendwie durchgezogen, allerdings auf eine Art und Weise, die ja nicht sonderlich einheitlich und gütlich gelaufen ist. Zumindest, äh, was, äh, ziemlich viele Leute im Osten angeht, sowas, was so Perspektive und Lebensentwürfe und ähnliches angeht und, äh, wenn man sich die Einwohnerzahlen in diversen Städten anschaut, die nach wie vor im Sinken begriffen sind, konstant seit, äh, 27 Jahren, äh, sollte man meinen, ähm, vielleicht gibt's da so ein, zwei Dinge hier im Osten, um die man sich als Bundesregierung mal so explizit kümmern sollte. Nur mal so als Anregung. Ähm, ich, äh, hab mich heute schon mehr als genug aufgeregt, lassen wir das. Ja, find ich auch. Ähm, würdest du denn vielleicht, äh, die Leute vorlesen, die uns ein bisschen Geld in den Hut, in den imaginierten Hut geworfen haben? In den imaginierten Hut warfen uns Geld in der nicht-alphabetischen Macheta-Macheta-Macheta-Macheta-Macheta-Macheta-Macheta-Macheta-Macheta. Reihenfolge. Genau. Ähm, und ich hab jetzt noch eine kleine Anmerkung zu diesem Thema Spenden. Mir ist nämlich heute eine neue Seite untergekommen, nennt sich, äh, Libera Pay, Libera Pay, Libera, Libera Pay, ich nenn's einfach mal Libera Pay, ist eine französische Seite, beziehungsweise der Sitz dieser Seite ist in Frankreich, und das ist, ähm, im Grunde so, wie man sich das wünscht. Also es ist eine Non-Profit-Organisation, die nehmen kein Geld als quasi Übermittlungsgebühr, sondern, ähm, finanzieren sich selbst ausschließlich aus Spenden. Und, ähm, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und, ähm, ich hab mir jetzt einfach mal da so ein, ne, ähm, ein Konto geklickt und, ähm, ähm, mich angemeldet. Ähm, und, äh, ich fände das doch ganz spannend, wenn da ein paar Leute vielleicht auch rüber wechseln würden von Patreon. Und das ist für euch, äh, vor allem von Vorteil, da ihr dann, ähm, uns im Grunde einen gleichbleibenden Betrag spenden könnt, aber wir mehr davon haben. Also, ihr unterstützt uns dadurch mehr, aber ihr müsst gar nicht mehr Geld geben. Ähm, und, äh, unterstützt auch noch ein Projekt, was nicht auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet ist, sondern auf die Verteilung von Spenden an verschiedene Projekte. Ähm, das ist ganz interessant, das kann man sich mal anschauen. Ähm, man macht das auch so, also man kann da, was auch der Vorteil ist, man kann da entweder mit Direktüberweisung arbeiten oder mit SEPA-Lastschriftverfahren, also braucht's auch keinen PayPal-Zwischenschritt, was auch für uns noch praktisch ist. Also wir verliehen ja auch sehr viel Geld dadurch, dass wir das erstens von US-Dollar und Euro umrechnen müssen, wo wir ja auch bei PayPal immer einen schlechten Kurs kriegen und dann, äh, wird quasi nochmal diese Gebühr von Patreon weggenommen und das entfällt alles bei Libera Pay. Und, ähm, ja, ähm, also ich, ich würde das, ich würde das sehr, äh, fördern und, äh, fordern, wenn man sich doch jetzt, äh, also wenn sich jetzt doch der Großteil unserer Patreon-Unterstützer und Unterstützerinnen sich dazu entschließen würden, zu Libera überzuwandern. Also ich kann natürlich niemanden zwingen, das zu machen, aber ich würde das gerne hier nochmal in den Fokus stellen. Ähm, ja, weil ich das eigentlich eine ganz gute Sache finde. Das ist so ein bisschen, wie man sich gewünscht hätte, dass Flatter wird, aber jetzt leider nicht gewonnen ist. Jo, apropos Projekte. Da hat sich ja jetzt eins angekündigt. Ja, ganz kurz, ich will das noch eben mit, mit hier, also, ähm, das einzige Problem dabei ist, dass, ähm, ich hier nicht sehen kann, wer uns spendet. Jetzt hat auch noch die Sache einen Haken, das ist ja ganz schlimm. Ja, also, ähm, das ist, es war so ein bisschen mein Gedankengang heute, das ist noch alles sehr frisch, deswegen ist es ein bisschen unkoordiniert. Ähm, also, alle Spenden sind komplett anonym zur Zeit, also ich kann nicht sehen, wer uns was spendet oder wie viel, was ja auf der einen Seite sehr schön ist, dass man das irgendwie, äh, dass man das anonymisiert. Auf der anderen Seite entfallen dadurch so Features wie dieser Early Access Feed oder dass man sehen kann, wer mir jetzt Sticker zu senden hat. und, ähm, mein Gedankengang war, dass man das vielleicht auch ein bisschen alles solidarisieren könnte. Also, ich kann gerne weiter so ein Early Access Feed anbieten, aber dann vielleicht frei zugänglich für alle Leute, weil, ähm, ja, ich habe auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwas exklusiv mache, auch wenn es nur dieser Early Access Feed ist, ist es natürlich immer so eine Sache, es gibt viele Leute, die einfach nicht spenden können, auch wenn sie das wollten, aus verschiedensten Gründen, und diesen Leuten verwehrt man das dann irgendwie so ein weiteres, einen weiteren Teil dieses Podcasts, also dieser Rohschnitt, den wir immer veröffentlichen und, äh, ja, verwehrt man auch die Aufkleber, die doch immer ganz nett sind, ähm, und eigentlich können sie ja meistens gar nicht dafür, dass sie nicht spenden können oder nicht spenden wollen, weil aus irgendwelchen, äh, Drittgründen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das jetzt nicht sofort und es ist auch keine nicht beschlossene Sache, ich werfe das jetzt einfach mal so zur Diskussion in die Hörerschaft, ähm, dass man das vielleicht so macht, dass, dass ich jetzt alles, was wir jetzt sozusagen gerade exklusiv anbieten, öffentlich zugänglich machen, äh, als Akt der Solidarität, also ich finde es auch schön, wenn man sich als Podcast-Hörer schafft, Podcast-Macher schafft, ähm, solidarisiert mit allen Leuten, ähm, man verliert, also ihr verliert ja dadurch nichts, es ist halt nur nicht dann nicht mehr exklusiv für die Leute, die Geld geben wollen und Geld geben können, ähm, wie wir das mit den Aufklebern machen, das überlege ich mir noch, also, äh, ich will natürlich weiter euch anbieten, dass ihr ja immer im Jahr Aufkleber bekommt und solche schicken Sachen, wir machen die ja nicht, damit wir die selber behalten, ähm, aber das war so mein Gedankengang heute, dass wir vielleicht das alles so ein bisschen solidarisieren und so ein bisschen weg vom, vom Kommerz kommen, so ein bisschen auch antizyklisch arbeiten gegen den, gegen den Trend in der Podcast-Szene, ähm, also, ich stelle das jetzt einfach mal so ein bisschen auch zur Diskussion und, äh, bin da auch gespannt auf euer Feedback, würde mich, würde mich natürlich freuen, wenn ein paar Leute jetzt, ähm, LiberaPay bei uns ausprobieren, mhm, vielleicht auch Leute, die noch nicht bei Patreon sind, weil sie, äh, sich da kein Account machen wollen, weil es in den USA ist oder weil sie, äh, kein Paypal benutzen wollen, also bei LiberaPay kann man das alles schön mit Direktüberweisung machen und es ist auch alles anonymisiert und die Seite ist auch total legitim und rechtskonform und alles, ähm, und, äh, da, ja, vielleicht, vielleicht finden sich dann Leute, die das ausprobieren wollen. Also es ist erstmal so eine Testphase mit LiberaPay, äh, weil ich das eine ganz interessante Aktion finde. ist auch alles in den Show Notes verlinkt und auf der Seite findet ihr sofort. So, das war mein Wort zum Sonntag. Doh. Okay. Einmal kurz, äh, sieht jedenfalls irgendwie, ähm, create an Account, okay, das ist irgendwas. Was natürlich auch toll ist bei LiberaPay, man kann sich dort Teams anlegen, also zum Beispiel, ich kann, ich könnte jetzt ein Team mit mir und Frank anlegen und dann wird automatisch das aufgeteilt, sodass Frank auch einen Teil bekommt, ähm, also man kann da auch so größere Teams anlegen, die dann automatisch einen Teil der Spenden ausgezahlt bekommen. Dann müsste ich das auch nicht selber machen, wenn mal so viel Geld zusammen käme, dass, dass wir uns da irgendwie eine, eine Art Honorar zahlen könnten. Jo. Ja, müsste ich mir irgendwann mal längere Zeit angucken. Jetzt gerade nicht. Ja. Innerhalb von einer Minute. Das habe ich erst heute entdeckt, aber fand ich so gut, dass ich da sofort das irgendwie pushen möchte, auch weil das eine gute Aktion ist und weil das irgendwie sehr schön aussieht. Das ist auch alles Open Source und, äh, auf GitHub kann man den Code einsehen, also sieht alles sehr legitim aus. Jo. Apropos, äh, Projekte. Ja. Es deutet sich ja, es deuten sich ja so ein, zwei Dinge an, ne? Ähm, ein, zwei im Sinne von, äh, das eine ist, äh, äh, in Leipzig, Ende des Jahres, sind wir ja wieder auf dem Chaos Communication Congress und ich bedanke mich nochmal bei dir für das Ticket. Für den Voucher, das Ticket habe ich hier ja nicht bezahlt. Für den Voucher, ja, aber, also, die, die, äh, die panikfreie Zugangsmöglichkeit zum Ticket. Ja. Ja. Nennen wir es so. Und das ist schon fast das Ticket. Das Geld ist da schon fast zweitrangig, wenn man sich so das Chaos anguckt beim letzten Mal. Aber heißt ja nicht umsonst Chaos, Communication Congress. Ähm, ja, ne, ähm, wir haben ja, wir haben ja vor, irgendwie ein Raumfahrt-Assembly zu gründen, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Und, äh, dann wird man uns sicherlich dort antreffen können, dort finden und antreffen können. Ja, ähm, wir müssen mal kurz erklären, was eine Assembly ist für die Leute, die nicht in das Chaos Communication Jargon eingeweiht sind. Wenn ich das genau wüsste, würde ich es dir sagen. Wir haben es doch heute ausdiskutiert, was das ist. Aber soweit ich das, soweit ich das mitbekommen habe, ist das einfach bloß ein, ja, sind das ein paar Tische mit Stühlen, äh, in einer bestimmten, äh, Ecke, in irgendeiner Halle, die sich dann Assembly Area nennt, äh, wo halt dann Gleichgesinnte, die sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, halt, äh, einfinden und, äh, dann halt, äh, vorhanden sind, äh, eventuell an irgendwas arbeiten, ähm, und ansprechbar sein können. Ja, genau. Also einfach ein Treffpunkt für Gleichgesinnte. Es gibt dann, keine Ahnung, die Linux-Assembly und die, ähm, 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 freies WLAN-Assembly und die, äh, 3D-Drucker-Assembly und jetzt soll es auch dieses Jahr eine Weltraum-Assembly geben, ähm, wo wir vertreten sind, aber wo auch Leute vertreten sind, die andere Projekte machen oder generell in Raumfahrt interessiert sind. Ähm, ähm, es gibt ja dieses Jahr leider, so wie ich das sehe, keinen eigenen Space-Vortragstrack, so wie letztes Jahr. Ähm, ach so, das war, das war wirklich ein Space-Vortrag, äh, Track, ein eigener. Ja, ja. Okay. Okay, das, äh, ich war da komplett neu, ich hab das überhaupt nicht mitbekommen. Also ich hab schon mitgekriegt, dass, äh, relativ ungewöhnlich viel für Raumfahrt, äh, dabei war. Ähm, ja, gut, okay, dann können wir den, den Herrn Wörner leider nicht wieder erwarten. Ja, wer weiß, vielleicht kommt jemand anderes Interessantes vorbei. Jo. Muss ja nicht jedes Jahr der Chef sein. Ja, muss nicht jedes Jahr sein, äh, dieses Jahr dann nicht, aber wir haben ja gewisse Chancen nächstes Jahr. Mhm. Wenn auch nicht auf den 33-Ciel. Lass uns doch grad, dass, äh, ja, nicht einfach vom Thema zu Thema zu springen, äh, sondern vielleicht das eine Thema erst abzuschließen, nämlich, hast du schon gesagt, wie sich die Leute dran beteiligen können? Oder hab ich das verpasst vorhin? Ähm, nö, hab ich nicht gesagt. Ähm, ich hab ehrlich gesagt, keine Ahnung, äh, abgesehen davon, dass man natürlich, wenn man schon mal auf den Kongress ist, jederzeit da hingehen kann und sich einfach hinsetzen kann, was natürlich eine Möglichkeit ist. Äh, die zweite Möglichkeit ist, äh, es gibt da eine Chatgruppe, die irgendwie eingerichtet wurde. Ja, genau, also es gibt, ähm, organisiert vom Sebastian, glaube ich, heißt der, warte, lass mich jetzt nicht lügen, hier der, ja, genau, der Sebastian, ähm, hat einen IRC-Chatraum beziehungsweise andere Chatraum- Komm, das heißt IRC. Genau, IRC, beziehungsweise XMPP beziehungsweise Matrix-Chatraum eingerichtet. Ähm, werden wir auch noch mal verlinken, das ist auch nicht, äh, schwer da reinzukommen, das ist also gerade hier Riot, also so ein Slack, Open Source Slack-Alternative, ist ziemlich einfach zu benutzen im Webbrowser. Also wenn man sich im Vorfeld schon bei dieser Assembly einbringen möchte, organisatorisch vor allem auch, dann, ähm, äh, kann man sich mal, da kann man schon mal vorbeischauen und, äh, sich schon mal austauschen. Äh, ich und Frank, wir sind da auch schon, äh, beziehungsweise Frank und ich sind da auch schon in diesem Chatraum drin. Wäre einfach schön, wenn sich auch ein paar Leute finden, die ein bisschen Orga-Technisch das übernehmen würden, ist ja wahrscheinlich auch nicht viel, aber einfach so ein bisschen nach dem Rechten schauen. Vielleicht planen auch ein paar coole Aktionen, ähm, irgendwie, dass Leute Technik mitbringen für ihre Weltraumprojekte oder einfach irgendwie interessante Ideen haben, was man an der Assembly noch machen kann, außer einfach rumsitzen, Bier trinken und sich über Weltraum austauschen. Genau. Und jetzt darfst du... Irgendwelche Plastik, irgendwelche Plastikflaschen mit Wasserstoff und Luft füllen. Genau. Und anschließend. Ich glaube, das dürfen wir nicht. Aber das können wir ja draußen machen. Das ist minimal. Minimal ein bisschen gefährlich. Ähm, Aber jetzt darfst du über Bremen reden. Ja, Bremen. In Bremen findet das statt, was jetzt gerade... Oh, verdammt, wo findet das statt? In Australien? Adelaide, Australia. In Adelaide. Äh, Adelaide, äh, das... Irgendein Typ, äh, von, vom... Das war die, die, die Schwester vom König, äh, von Frankreich, äh, äh, 1848, die ist da gerade gestorben. Kurz vor der Revolution. Äh, die hieß auch Adelaide. Ah, okay. Das habe ich heute gehört im Revolutions Podcast. Sorry. Nee, wurde, weiß ich nicht, keine Ahnung. Äh, aber das hat mich jetzt gerade... Das hat mich gerade an Adelaide erinnert. Äh, warte kurz, History. Ähm, ja, der Revolutions Podcast von Mike Duncan, der, äh, behandelt gerade die 1848er-Revolution in ganz Europa und, äh, da kommen dann so Dinge mit vor. War das, ähm, war das die, die Schwester vom französischen König, hieß die zufällig? Philippe irgendwas. Adelheid von Sachsen-Meiningen. Oh, frage mich nicht. Aber klingt gut. Die Namens, die Namenspatronin von Adelaide, Australia ist Adelaide, also auf Deutsch Adelheid, von Sachsen-Meiningen. Kann schon gut sein, ne? Äh, genau, war, ähm... Wann ist sie gestorben? 1849, also wird passen. Nee, die ist, die ist, äh, die ist, wann ist denn die gestorben? Im Dezember, glaube ich, 47 oder so. Genau, war eine deutsche Prinzessin. Ah, also diese Stadt wurde nach einer deutschen Prinzessin benannt und ab 1830 Königin von Großbritannien und Irland sowie Königin von Hannover. Hm. Tja, keine Ahnung, aber irgendwie 49 passt nicht ganz. Da war ja schon alles vorbei und, äh, die gilt so ein bisschen als, als, äh, das stabilisierende Element für den König. Also die, der hat, die war halt da sehr wichtig für die Politik, hat sich mit dem immer unterhalten und, äh, war halt so Beraterin des Königs letzten Endes, ohne, dass sie halt, äh, irgendwie andere Interessen großartig gehabt hätte und danach war sie halt, äh, weg und, äh, er war dann angewiesen auf, äh, andere Leute, die dann, äh, ihre eigenen, ihre eigene Agenda jeweils hatten, ne? Also, und ohne gute, unabhängige Berater ist halt so ein König meistens ziemlich aufgeschmissen. Äh, wobei ich hab immer noch keine Ahnung, wie richtig, wie diese Revolution genau losgeht, weil das kommt dann in der nächsten Ausgabe nächste Woche. Jo, ähm, nee, sorry, äh, Also Adelaide wurde in der deutschen Prinzessin benannt, das haben wir jetzt etabliert. Ähm, ähm, Adelaide, äh, da findet gerade der Internet, der 27. 27. 67. Äh, 68. Oh ja, stimmt, der 67. Nee, der 68. Weil der nächste ist ja der 69. Okay, dann ist der 68. Internationale Astronautische Kongress und der 69. Äh, wird in Bremen stattfinden, nächstes Jahr. Ähm, einer der Gäste dieses Jahr, äh, und zwar für Freitag ist das geplant, Freitag unserer Zeit, ähm, ist, glaube ich, also Freitag, ich glaube irgendwie Freitag früh um sechs oder so, spricht ein gewisser Elon Musk. und, äh, ja, also das ist halt ein sehr wichtiges Ding, dieser Internationale Astronautische Kongress und der wird in Bremen stattfinden und wir wollen da hin. Also, also, das wird jetzt keine Weltreise werden. Da wird nicht Elon Musk sprechen, beziehungsweise wissen wir noch nicht, der spricht jetzt an diesem Kongress, wir reden jetzt über den nächsten 2018, du darfst die Leute nicht zu sehr vergören. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir dort unbedingt mit Elon Musk sprechen können werden, also mehr als unwahrscheinlich, aber sicherlich mit anderen Leuten. Genau, also das ist halt, um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also der, die IRC, der International Astronautical Congress, der International Astronautic IRF, was ist denn das für eine Abkürzung? Genau, die International Astronautical Federation organisiert das und das ist nächstes Jahr in Bremen, weil Bremen ist ja nächstes Jahr auch 2018 Weltraumjahr. fragt man sich, ob jetzt zuerst der Kongress da war und dann das Weltraumjahr oder umgekehrt. Auf jeden Fall ist ja Bremen auch bekannt für die ganzen, ganzen Weltraumunternehmen, die dort angesiedelt sind, also es kommt jetzt nicht aus dem Blauen heraus, dass man das dort macht und wir wollen einfach die Gelegenheit nutzen, da es in unserem Land ist, dass wir dort hinfahren. Wir werden auf jeden Fall uns bemühen um eine Presseakkreditierung und ja, das Problem ist, dass das ein wenig Geld kostet. Ich habe das mal so grob überschlagen, dass wir insgesamt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, also mindestens 800 Euro brauchen, um hauptsächlich Hotel zu bezahlen und dann noch Zug hin und her und ja, halt ein bisschen Verpflegung dort vor Ort. So ein Kongressessen ist ja auch immer so essenstechnisch und alles drum und dran nicht günstig. Jedenfalls die Größenordnung. Genau, also sagen wir, also es wird auf jeden Fall irgendwie 800 Euro plus kosten und wir wollten das schon mal frühzeitig ankündigen, weil wir wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr dann frühzeitig eine Art von Crowdfunding-Spenden-Sammelaktion machen werden, die dann außerhalb der aktuellen Spenden stehen, die wir einsammeln, weil die halt einfach noch nicht so hoch sind, dass wir da jetzt irgendwas ansparen könnten bis nächstes Jahr und schon gar keine 800 Euro. Und ja, also das ist auf jeden Fall schon mal fest in unserem Terminkalender eingetragen. Das wird richtig interessant, da gibt es richtig scheiße viele Vorträge über alle möglichen Weltraum-Themen. Ich habe mal dieses Jahr ins Programm geschaut und ich hätte am liebsten schon alle Vorträge angesehen. Was leider nicht möglich ist, weil es gibt keinen Livestream. Genau, letztes Jahr war es ja so, dass alle Plenary Sessions gestreamt wurden. Das steht dieses Jahr zur Frage. Es ist auch fraglich, ob der Elon-Musk-Vortrag überhaupt gestreamt wird. Das entscheinend dir irgendwie immer ein bisschen kurz vorher, ob sie das jetzt ins Internet streamen. Also es ist halt auch leider nicht wie beim Chaos-Communication-Kongress, wo alles dann schön mit YouTube-Videos aufgezeichnet wird, sondern der Vortrag wird gehalten und vielleicht hat mal jemand ein Handy drauf gehalten oder auch nicht. dass sowas ein bisschen schade ist. Ja, ich hatte irgendwo auf Twitter jemanden gesehen, der schon gesagt hat, Leute, fragt mal die vom, wie heißt das gleich, das VOG? VOG? Ja, das VOG vom Chaos-Communication-Kongress, die das halt sonst immer wuppen dort, weil die würden das garantiert auch hinkriegen. Ja, natürlich. Also ich glaube, es ist auch keine Frage des Könnens, sondern eher eine Frage des Wollens. Ja, sieht ein bisschen danach aus. Weil also so, es ist jetzt, im Gegensatz zu dem, worum es dort geht, ist das absolut keine Raketentechnik. Ja. Ähm, ja, also das ist jetzt so mal die Ankündigung. Natürlich auch nicht nur, damit wir ein bisschen um Geld betteln, sondern auch, damit ihr euch darauf freuen könnt, dass wir da vielleicht hinfahren und von der Front der Raumfahrttechnik berichten. Ähm, wenn wir vielleicht auch, was natürlich ganz patent wäre, ist, wenn wir Hörerinnen oder Hörer in Bremen haben, die uns für die Zeit, es geht hier zwischen dem 1. und 5. Oktober der Zeitraum, ähm, uns ein Sofa oder derart zur Verfügung stellen, weil dann sparen wir den Großteil des Geldes, das wir einsammeln wollen. Weil das Hotel ist tatsächlich der größte Kostenpunkt noch zur Zeit. Jo. Und es wird nicht günstiger, umso näher wir dran sind. Leider. Ja. Also geografisch und zeitlich. Genau. Ähm, also, das ist noch alles ein weiter Ferne, noch mehr als ein Jahr hin, aber, ähm, wir freuen uns schon drauf und, äh, hoffen, dass es einfach auch klappt, weil es natürlich auch für uns eine Gelegenheit ist, mit sehr vielen interessanten Leuten zu sprechen. Jo. Ähm, in Bremen gab es übrigens mal einen Space Park, der, äh, ja. Sowas wie Disney World oder was? Genau. Äh, ist jetzt verlinkt unter Waterfront Bremen. Also nicht mal so viel mit Space. Korrekt. Waterfront Bremen. Interessant. Ne, ich habe hier nur internationale Markenshops. Äh, das ist tatsächlich Waterfront Bremen. Genau, und dann Geschichte. Geschichte, Eröffnung des Space Park. Äh, ich sehe hier gar nichts von, ich habe hier Waterfront Bremen.de. Äh, nee, nee, Wikipedia. Achso. Ah, hier. Geschichte, Eröffnung des Space Parks. 2004 war das. Jo, 2004 eröffnet, 2006 geschlossen. Hat nicht lang gehalten. Schade. Aber, äh, ja, das, das war aber damals schon so irgendwie von Anfang an irgendwie etwas merkwürdig. Äh, wurde auch so begleitet wie, ja, wurde jetzt eröffnet, aber so richtig viel erwarten tut keiner was. Äh, ja, eine Investitionsruine. Ja. Es ließ sich kein Ankermieter gewinnen, sodass bis zur Eröffnung kein Einzelhandel vorhanden war. Einzelhandelsbereich stark überdimensioniert beim Space Park. Ja, das macht total viel Sinn, ne? Ja, äh, was sich gehalten hat, ist das Kino, das man dort gebaut hatte. Mhm. Und ein Hotel. Wer weiß. Vielleicht kommen wir da hin. Ähm. Ja. Ja. Also ich habe gesehen, dass das Messezentrum von Bremen ja ziemlich nah am Bahnhof in der Innenstadt ist. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Hm. Ähm, nee, ich konnte mich halt bloß noch daran erinnern, dass da mal irgendwas war mit Space Park oder sowas. Äh, ja, so viel zu den Hausmeistereien. Ähm, wir hatten ja ganz kurz über Australien geredet, über Adelaide und, äh, den IRC dieses Jahr. Und da gab es zur Eröffnung eine große Ankündigung, äh, die dort nicht zu viel stattfand, weil es ging darum, dass Australien sich dazu entschlossen hat, eine eigene Raumfahrtagentur zu gründen. Ähm, ja, Australien. Wie heißt die dann? Äh, wahrscheinlich Kangaroos in Space. Australian Space Agency. Hm. Nee, es wäre dann ASA. 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 Space Line oder so, oder Space Liner. Naja, nee, haut nicht hin. Die Quokka One. Quokka One. Also, äh, wurde verkündet von der Forschungsministerin, ähm, Michaela Cash, die, äh, im Auftrag der Turnbull-Regierung, also der Ministerpräsident von Australien, heißt ja gerade Turnbull, ähm, ja, gesagt hat, dass sie jetzt, äh, 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 der bis März 2018 eine Strategie ausgearbeitet haben wird, wie sie dann voranschreiten, um diese Agentur zu gründen. Also es ist nicht viel mehr als eine Ankündigung, dass sie eine gründen wollen. Jo. Genau. Und ich hab dann ein bisschen über die Geschichte der australischen Raumfahrt recherchiert, äh, 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 denn, ähm, was zum Beispiel interessant ist, Australien ist das dritte Land, was es geschafft hat, von, von einem, vom eigenen Land, also von der eigenen Staatsgrenzen aus, einen Satelliten ins All zu bringen. nach, äh, Natürlich nicht selbst. Nein, nicht selbst, das war, ähm, Das müsste eine britische Black Arrow gewesen sein, oder? Oder Black Knight. Ich glaub, es war ein Black Knight. Black Knight kann, irgend sowas. Ich hab Black Knight gelesen, ich hab nicht Black Arrow gelesen. Ja, dann, nee, dann, dann stimmt das wahrscheinlich. Genau, das war nämlich der, Es gab einen Blue Arrow, oder sowas. W. R. E. S. 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 äh, von 1967, ein, wahrscheinlich Kommunikationssatellit, Ah, Weapons, Weapons and Research Establetters, Satellite, ähm, genau, modifizierter, ja, nein, äh, keinen Briten, das ist, äh, wurde mit einer modifizierten Redstone-Rakete gestartet. Ah, okay. Ähm, von 1967, genau, äh, strahlt dann ein Jahr später im Atlantik in die Atmosphäre rein. Genau. Und auch, äh, und auch, äh, eine Europa-Rakete, der ESA wurde dort gestartet im Womera-Range-Komplex. Und, äh, in Womera ist auch, äh, die Hayabusa-Mission gelandet. Also, die Probe, die, äh, ein paar Staubkörnchen von einem Asteroiden zurückgebracht hat. Und, ähm, was auch ganz interessant ist, 2002 wurde dort die Highshot-Rakete gestartet, was der erste erfolgreiche Flug eines, äh, Supersonic Scramjet war, oder eines Scramjet-Engine. Das ist auch noch ganz interessant. Das ist ja so ein, eine Antriebstechnik, die, äh, sehr futuristisch klingt und aussieht. Und, äh, das haben sie dann vorne auf eine Rakete draufgetan und mal hochgeschossen und getestet. Ja. Ähm, Black Arrow hieß das Ding. Black Arrow? Was meinst du jetzt mit? Black Arrow war die Rakete, die britische Rakete, äh, die einzige, äh, britische Rakete, die jemals das Weltra- den Weltraum erreicht hat, also den Orbit vor allen Dingen, weniger den Weltraum. Ähm, vier Starts insgesamt, äh, zwei erfolgreich, zwei nicht. Ähm, betrieben mit Kerosin und Wasserstoffperoxid. Ähm, ja, äh, sehr merkwürdiges Ding, wie halt britische, äh, britische Technik meistens so ist, ne? Ähm, ist ein bisschen pummelig, finde ich. Also ich sehe gerade Fotos. Sie ist sehr pummelig, ja, sie ist ganz lustig. Äh, das stimmt. Also gar nicht so, so, so schlank, wie man erwartet von so einer Rakete. Nee, überhaupt nicht. Äh, keine Ahnung, wie es dazu genau kam. Äh, wer weiß, vielleicht war es irgendwie geplant. Man kann anscheinend eine im Science Museum in London noch begutachten. Ja. Ähm, wie gesagt, das war der einzige und bisher immer noch letzte Versuch, äh, der Briten, äh, ernsthaft Raketen ins Weltall zu bringen, aber schon irgendwie vor dem vorletzten Start oder so wurde halt das Programm, dem Programm das Geld gestrichen und, äh, dadurch blieb es dann insgesamt bei vier Starts. War nicht übermäßig, äh, leistungsfähig, also, äh, Nutzlast, äh, 100 Kilo in der Größenordnung. Vielmehr nicht. Äh, Startmasse 18 Tonnen, auch nicht viel. Ähm, ja, aber war die einzige Rakete, die jemals, äh, mit, äh, dieser Mischung aus Kerosin und, äh, Wasserstoffperoxid geflogen ist. Warum hat man das jetzt nicht weiter benutzt? War nicht, naja, es ist nicht übermäßig, äh, nicht übermäßig effizient. Wahrscheinlich auch nicht übermäßig gesund. Ach, naja, man sollte es nicht trinken. Ähm, es gibt ja diesen, diesen Chemikerwitz, äh, I would like to have a glass of H2O. Mhm. Und der, der Nachbar sagt dann, I would like to have a glass of H2O too. Und, äh, stirbt daraufhin. Ja, ja. Es ist gerade, die hatten auch so eine Ölbohrplattform, von der sie, ach, nee, warte, nee, nee, ach, ähm, nee, es ging darum, dass, dass, dass sie sie nicht von, äh, Großbritannien hätten aus starten können, weil dann die Angst bestand, dass, ähm, die erste Stufe auf eine Ölbohrplattform in der Nordsee kracht. Tja, ja, ich lese es auch gerade, ähm, key. Deswegen, also, das war in Uist und Norfolk, äh, was halt, äh, in, in Großbritannien ist. Das andere wäre Babadoss gewesen. Äh, Babadoss war, äh, übrigens tatsächlich mal in, ein Standort für ein Weltraumforschungsprogramm, äh, nämlich HAARP. Das, dieses High Altitude, boah, wie, wie, wie ging das weiter? HAARP, HAARP, HAARP. Ist das mit, wie die Headtrades gemacht haben? Project HAARP mit der Kanone. Das Ding mit der Kanone. Ich geb, es gibt nur, High Altitude Research Project. Ah, okay. Von Gerald Bull, der damals, äh, Ach, mit einem A das HAARP. Genau, das richtige. Ah, das war der mit der Kanone, ja, ich erinnere mich. Genau, Die HAARP-Kanone. Genau, und da gibt's dann in Wikipedia, äh, auch noch ein Bild von der HAARP-Kanone von Babadoss. Mhm. Es gab auch noch Sharp, äh, Super High Altitude Research Project. Natürlich mit der Namensgebung, nicht so wirklich kreativ. Nicht so richtig, nee, ne. Ja, ähm, was man halt, äh, tut, wenn man, äh, gerade einen, einen Weltkrieg hinter sich hat und gemerkt hat, dass Schiffsartillerie irgendwie nicht so der Bringer ist und, äh, dann halt trotzdem immer noch ziemlich viele großkalibrige Kanonen, äh, rumliegen hat, ne, dann kann sowas passieren. Man schießt in den Weltraum. Ja, also mithilfe dieser Kanonen halt irgendwas. Ja, ja. Man freut sich Richtung Weltkrieg, drum ab. Ja. Also das war das Thema. Australien gründet eine Raumfahrtagentur. 2018 wissen wir dann auch, äh, wie sie dann heißen wird, hoffentlich. Ähm, jo, ähm, ja, woran mich das erinnert hat, äh, sind Peroxide, Wasserstoffperoxid. Also Peroxide sind, äh, sind so immer chemische Verbindungen, die, ähm, etwas mehr Sauerstoff als gewöhnlich haben. Und, äh, ja, Wasserstoffperoxid ist halt, wie gesagt, H2O2. Etwas mehr Sauerstoff als, als unbedingt notwendig, ist deswegen auch immer, mh, ähm, nicht völlig stabil. Und, ähm, ja, es gibt einen Chemiker, äh, der nennt sich Derek Löwe, oder Derek Lowe, äh, der muss irgendwas mit Iran zu tun haben. Ich weiß es nicht, ob er von dort her kommt, oder irgendwie Verbindungen dahin hat, aber der hat immer irgendwie was mit, mit Iran hat er in seinem, äh, Logo von Twitter oder so. Äh, ist jedenfalls ein wunderbarer Chemieblogger, ähm, der, äh, normalerweise für die Pharmaindustrie halt, äh, irgendwelche, äh, Synthesen und so weiter entwickelt. Aber, ähm, in seinem Blog schreibt er manchmal über Dinge, äh, mit denen er garantiert nicht arbeiten wird, weil sie ihm zu gefährlich sind. Dazu gehören, dazu gehören zum Beispiel Peroxidperoxide. Ähm, also so heißt man, man nehme das ohnehin schon ziemlich instabile Zeugs namens Wasserstoffperoxid, äh, das, äh, die Tendenz hat, wenn du dir es über die Hose kippst, dass es dann die Hose anzündet. Ja. Ja, also man sollte etwas, äh, vorsichtig sein. Ähm, und scheinbar gibt es davon auch noch eine Variante, wo noch ein Sauerstoff mehr drin ist und das hilft nicht, das Ganze noch stabiler zu machen. Nicht unbedingt. Und Sauerstoff, äh, heißt ja auch nicht, nicht von ungefähr Sauerstoff, weil es doch sehr, ja, angreifend ist. Ja. Ähm, jedenfalls gehört er, also er hatte mal irgendwann einen, äh, äh, nee, blödsinn, 2014 hat er mal einen Artikel darüber geschrieben. 1914 hat er einen Blogartikel geschrieben. Nein, 2014. Auf dem königlichen Chemieblog. So ungefähr. Ähm. The Royal Chemical, äh, Weblog. Ja. Ähm, ja, jedenfalls. Ähm. Ich darf dich auch mal aus der, aus der Fassung bringen. Das darfst, machst du, nicht nur du. Absolut darfst du. Darfst du. Ähm, der schreibt wirklich unglaublich unterhaltsam. Äh, zumindest diese, dieser Artikel und die anderen sind auch nicht schlecht. Ähm, aber dort meldete sich jemand, äh, 2014 in den Kommentaren und, äh, wies darauf hin, ähm, dass er jetzt im nächsten Jahr, also es wäre dann 2015, ähm, mit, mit Wasserstoffperoxid, äh, experimentieren sollte. Er meinte so, it's going to be a fun year. Aha, es wird lustig. Und dann wies er noch darauf hin, was er sonst noch so in dem Jahr tun wird. Und das ist, dass er arbeiten wird und, äh, wie er meinte, davor hat er richtig Angst, ne? That really scares me. Und das ist eine, äh, Mischung gewesen aus Etin und, äh, Lachgas. Und das hat mich sofort an irgendwas erinnert, nämlich eine Mischung aus Etin und Lachgas war vorgesehen für das Projekt Alasa. Und Alasa war ein DARPA-Projekt, also vom US-Militär, zur Herstellung einer kleinen Rakete, die man mit, äh, die man mit einem F-15, äh, Jagdflugzeug, also so Jagdbomber oder was auch immer, also so halt, ja, Kampfflugzeug, F-15 Eagle, kennt man vielleicht, äh, ja, in die Luft bringen konnte und von dort aus starten und damit einen kleinen Satelliten ins Weltall bringen konnte. Und das sollte mit genau dieser Mischung, ähm, ja, betrieben werden. Hätte etwas, also, äh, so auf dem Papier ist das nicht verkehrt. Auf dem Papier sieht das so aus wie, yay, richtig, äh, relativ gut lagerbar, es ist, ähm, ziemlich effizient, es ist sogar effizienter als, ähm, Kerosin und Sauerstoff. Und, äh, es ist eine Mischung aus nur einem Stoff, so heißt, man braucht nur einen Tank, man braucht nur eine Pumpe, man muss nicht, man muss sich nicht drum kümmern, dass das ordentlich gemischt wird, äh, klingt total super. Wenn dann allerdings ein, äh, Chemiker sagt, äh, das, wovor ich richtig Angst habe, ist diese Mischung, dann weiß man schon, irgendwas ist da faul. Und, äh, ja, was da faul ist, ist ganz einfach, ähm, Lachgas an sich ist schon relativ instabil, äh, da muss man schon ernsthafte Sicherheitsvorkehrungen treffen, wenn man damit arbeitet, mit flüssigem Lachgas, äh, weil, wenn dort in der Treibstoffleitung irgendwo, ähm, ja, eine Verunreinigung ist, mit organischem Material, sowas wie Öl oder so, äh, oder irgendein Lösungsmittel oder irgendwas, äh, dann kann es passieren, dass man eine kleine Schockwelle auslöst und diese Schockwelle würde sich dann entlang der Treibstoffleitung bis in den Tank ausbreiten und das ganze Lachgas, äh, zersetzen. In Stickstoff und Sauerstoff, äh, unter Energiefreigabe und Volumenvergrößerung und, äh, kurz und knapp, das Ganze fliegt dir um die Ohren und zwar sehr, sehr heftig und, äh, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, äh, weil Virgin Galactic sowas mal gemacht hatte und dabei sind drei Techniker gestorben. Haben die nicht auch was mit Lachgas? Ja, ja, das war nur Lachgas. Aber man mischt das ja, aber man mischt das ja jetzt hier mit Ethin, also Acetylen. Und zwar mit, äh, Also mit Nagellackentferner? Nee, das ist Aceton. Nee, das ist Aceton. Aber es geht in die Richtung, oder? Ähm, nicht so ganz. Äh, das ist, ähm, praktisch, äh, was ist Ethin? Ethin sind, äh, zwei Kohlenstoff, äh, Atome, die mit einer Dreifachbindung verbunden sind und rechts und links noch ein Wasserstoffatom dran. Äh, das ist eine relativ, äh, starke Bindung, die aber, äh, also eine relativ energiereiche Bindung, aber es ist keine übermäßig, äh, stabile Sache. Ähm, soll heißen, auch dieses Zeug ist, äh, explosionsgefährlich. Also ernsthaft explosionsgefährlich. Da gab's, äh, schon viele, also, das Ganze wird in der Chemie, äh, benutzt für irgendwelche Synthesen und da gab's schon eine ganze Reihe von Unfällen. Ähm, und, äh, wenn man diese beiden, äh, Dinge dann zusammen mischt und in eine Flasche gibt, dann, äh, wird das Ganze, äh, ich sag mal, interessant. Und es ist unwahrscheinlich, dass das sonderlich sicher ist und schon gar nicht um da, um das Ganze, äh, unter ein bemanntes, äh, unter ein bemanntes, äh, Flugzeug, äh, zu schnallen und damit zu fliegen. Und, äh, wenn man jetzt in die Geschichte des Alassa-Projekts guckt, und, äh, ich erinnere nochmal kurz dran, das war der 10. Oktober 2014, als dieses Kommentar geschrieben wurde. Da war das noch nicht gecancelt. Da war das noch nicht gecancelt. Also das Alassa-Projekt. Gecancelt war es, äh, im, äh, Ende 2015, also ein Jahr später, nachdem es, wie man sagte, äh, bei zwei Tests am Boden Explosionen gab. Aber, äh, keine Sorge, die hatten ein, ein neues, äh, Chemielabor eingerichtet, mit einem, äh, Betonbunker. Und er meinte, äh, wäre schlimm, wenn wir das verschwenden würden. Also der, der jetzt damit, äh, der jetzt damit, äh, arbeitet in den Kommentaren. Genau. Nicht im Formalassa-Projekt. Genau, der, also der, der Chemiker, der die, der die Mischung, äh, untersuchen sollte. Wenn sich Chemiker freuen, dass ihr Labor im Atom, äh, im Betonbunker ist. Das wäre jetzt was für den, wäre jetzt was für den Wörl, oder den Grimford. Ja, ja, genau. Ähm, das geht nicht in Saal 1. Ja, genau. Definitiv. Also, also das mit sehr großer Sicherheit nicht. Ähm, ja, also, äh, der Blog heißt übrigens In the Pipeline. Und, äh, die, äh, ja, er hat dann so diese Kategorie Things I won't work with. Und wenn man einfach noch, äh, Ethin und, was war das andere? Ethin und, äh, Lachgas. Nitrous Oxide. Mhm. Oder die Stickstoff Monoxid. Je nachdem, wie man es haben will. Ähm, ja, nochmal Blog in the Pipeline. Und, äh, wenn man googelt, einfach nach Things I won't work with. Ja. Und da kommt man sofort dahin. Ja, ähm, wir können das auch ganz schnell machen. Und es einfach in den Shownotes verlinken. Ja. Genau. Jo. Warte, ich muss doch gerade, ähm, ich tippe hier wieder, das würde mir mal ein paar Leute aufregen, aber so ist es jetzt halt. So, ähm, ich möchte jetzt was erzählen, was ich so spannend finde, dass ich es jetzt einfach sofort erzähle. Ich wollte es mir für das Ende auch sparen, aber ich, ich kann nicht mal an nicht halten. Okay. Ähm, ich hab, ähm, vielleicht hat das eine oder andere mitbekommen, also die Nexo 2 von den Orbital Mechanics, ähm, ähm, sollte ja Ende, ähm, ähm, letzte Woche war der letzte Startfenster für den Start Nexo 2 dieses Jahr. und, äh, sie haben sich dann Anfang der Woche dazu entschlossen, äh, für dieses Jahr keinen Start zu machen, sondern, äh, das Ganze um ein Jahr zu verschieben, also im Sommer 2018 dann frühestens diese Rakete starten zu lassen. Ähm, sie haben da ein paar Firmen verschiedene Gründe angegeben, äh, einerseits, dass, äh, einige Arbeitsgruppen, die an dieser Rakete arbeiten, also sehr viele davon, äh, verspätet ihre, ihre Teilprojekte fertiggestellt haben und man dem her, äh, nicht rechtzeitig die integrierten Tests machen konnte, ähm, ich meinte dann, sie wurden sehr kreativ, was es angeht, Sachen zu testen, wo eigentlich noch Komponenten fehlen, aber es hat dann alles nicht geklappt und, ähm, äh, zudem war dann auch noch so ein Skandalchen anscheinend, also in der dänischen Presse muss es da heiß hergegangen sein, dass, ähm, der Startplatz zum Startfenster überbucht war und eine andere Firma behauptet, ja, sie hätten zu diesem Zeitpunkt auch diesen Ort gebucht, ich weiß nicht, was man da sonst noch machen kann, außer Raketen starten und wie viele Raketenfirmen es in Dänemark gibt. Äh, das ist irgendwo im Meer. Jaja, so eine Plattform, oder? Äh, die haben so eine kleine, so eine ganz kleine Plattform, so eine kleine schwimmende Plattform, die mit einem selbstgebauten U-Boot da ausgezogen wird. Moment, 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 das U-Boot, ähm, da geht jetzt die Geschichte hin. Ähm, einer der Gründer von den, äh, Copenhagen Suborbitals, äh, Peter Madsen, hat sich ja ein eigenes U-Boot gebaut. Das weißt du. Ja, also wie gesagt, das ist das mit dem zumindest bisher? Nein, äh, genau, weil, der hat 2014 die Copenhagen Suborbitals verlassen und auch dieses U-Boot, dann ist, hat sie sich mit, sich genommen. Die haben jetzt irgendwie so ein anderes U-Boot, was sie da benutzen, aber da geht es nämlich die Geschichte hin. Das, das klingt jetzt sehr obsessiv. Irgendwie, wieso muss das unbedingt ein U-Boot sein? Ja. Naja, ähm, weil, ähm, sie wurden auch ziemlich von der Presse bedrängt, die letzten Wochen und konnten sich deshalb nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, weil der Peter Madsen jetzt wegen Mordes angeklagt wurde, an einer Journalistin, auf seinem U-Boot. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das jetzt hier so ein Wallander-Roman? Was ist denn jetzt los? Also, jetzt ist es so, dass Anfang August eine Journalistin, eine dänische Journalistin, Kim Wall hieß die, die wollte einen Bericht, Irgendwas habe ich gehört. Genau, die wollte einen Bericht, für Wired über diesen Peter Madsen schreiben, weil das halt so ein Selfmade-Erfinder ist, da hat sich halt jetzt das eigene U-Boot gebaut. Jetzt, jetzt kriege ich Angst. Der, ähm, Du kennst ja meinen neuen Auftraggeber. Für einen Artikel zumindest. Du solltest U-Boote meiden. So viel kann ich dir sagen. Ähm, ich versuche mein Bestes. Ist dann halt mit dem Peter Madsen auf sein U-Boot gegangen und dann wollten sie zu einer Ausstellung, äh, irgend so eine Fähr oder so auf so einer Insel mit diesem U-Boot fahren und währenddessen wahrscheinlich irgendwie Interview führen und solche Sachen. Also, was man halt als Journalist so macht, so als eine Reportage schreiben. Tja, ähm, der Peter Madsen hat dann, während er dort hingefahren ist, seiner ganzen Crew geschrieben, dass, äh, dass die Veranstaltung abgesagt ist und dass sie das jetzt doch nicht machen und fuhr dann mit dieser Journalistin alleine mit dem U-Boot auf dem Meer rum. Und, äh, als sie dann abends nicht mehr zurückgekommen sind, äh, haben dann die, die Kollegen von Peter Madsen, irgendwie die, die Polizeivorstände, okay, der ist mit seinem U-Boot losgefahren, ist jetzt nicht wieder da, meldet sich auch nicht, können nicht über Funk erreichen, ähm, irgendwas ist da schiefgelaufen. Und dann, spät in der Nacht, äh, wurden sie von einem Leuchtturm entdeckt, ähm, äh, irgendwie, ähm, schien dann noch alles in Ordnung und, ähm, es schien dann, als würden sie in den nächsten Hafen einlaufen und dann auf einmal sinkt dieses U-Boot. Und, äh, Peter Madsen wird dann von der, von der, wird halt dann rausgeräten. Und jetzt, äh, jetzt nicht auf die kontrollierte Art. Nicht auf die kontrollierte Art. Ja, das ist, das ist genau die Frage, ob es kontrolliert gesunken wurde, sagen wir mal so. Ähm, weil diese Journalistin hat man dann erstmal nicht wiedergefunden. Also man hat den Peter Madsen aus dem Wasser gerettet, aber wo die Journalistin war, wusste niemand. Er hat behauptet, er hätte die schon früh am Abend irgendwo ausgesetzt. Ja. Äh, Okay, das, also so eine Behauptung kann man ja meistens, äh, relativ schnell widerlegen, wenn man die dann im U-Boot wiederfindet. Genau, das ist nämlich das Problem. Die haben da Taucher runtergeschickt, aber sind halt nicht reingekommen in dieses U-Boot, im Wasser. Und mussten dann erst ein, ein Containerschiff oder irgendwie so ein Lastenschiff beauftragen, dass das U-Boot da rauszieht. Und, ähm, währenddessen wurde die verstümmelte Leiche einer Frau ans Meer angespült, an den, an den Stranden angespült. Und dann stellt sie sich heraus, das ist diese Kim Wall, die anscheinend, äh, der Kopf abgeschlagen wurde und, äh, postmortem mit mehreren Messerstichen versetzt wurde, so dass sie halt nicht im Wasser treibt, so dass sich keine Luftblasen im Körper bildet, sondern dass sie möglichst lange unter Wasser bleibt. Tja, also die Indizien sprechen eindeutig für einen furchtbaren Selbstmord. Genau. Und, ähm, ähm, der Peter Metzen wurde dann natürlich verhaftet und, äh, wurde dann, äh, auf fahrlässige Tötung angeklagt und hat dann auch jetzt mittlerweile zugegeben, was passiert ist. Und das ist ziemlich tragisch eigentlich. Ähm, äh, äh, also, äh, 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 hat anscheinend eine 70 Kilogramm schwere Klappe auf diesem O-Boot aufgehalten, während die Journalistin durch diese Klappe, also durch diese Öffnung durchgeklettert ist, ist dann abgerutscht und diese 70 Kilogramm schwere Klappe ist dann auf diese arme Frau herabgestürzt und hat sie halt erschlagen und sofort getötet. Und der Peter Metzen hat dann nach eigenen Aussagen eine, eine psychotische Phase gehabt und hat in diesem, in diesem Wahn, ähm, ja, diese Frau zerstümmelt und wollte halt es so aussehen lassen, als wäre das O-Boot irgendwie tragisch gesunken und die Journalistin in diesem O-Boot drin. Ob das nun stimmt oder nicht. Genau. Und, äh, hat dann versucht halt das so ein bisschen als Unfall ausziehen zu lassen und nicht, dass er irgendwie abgerutscht ist und, äh, die Klappe irgendwie auf sie draufgefallen ist. Das ist nicht so, naja. Äh, egal, ähm, kann man, können wir jetzt nicht beurteilen. Genau. Und das war halt auch ein Problem, was sie dann, was sie dann berichtet haben bei den Copenhagen Suborbitals, weil dieser Peter Metzen, der hat halt die mitgegründet, aber ist dann 2014 ausgestiegen. Ähm, aber die Presse hat dann immer noch diese, diese Leute belagert und, äh, hat dann nicht eingesehen, dass sie eigentlich nichts mehr mit dem zu tun haben und auch schon erst recht nicht mit diesem Vorfall. Und die mussten... Vor allem nach drei Jahren. Ja. Die mussten jetzt extra Leute abstellen, die sozusagen die ganzen Presseberichte, ähm, beobachten und halt immer Gegendarstellungen einfordern. Wenn da irgendwo steht, ist irgendwie Mitglied der Copenhagen Suborbitals oder die irgendwie Bildmaterial im Zusammenhang mit der Berichterstattung von den Copenhagen Suborbitals verwendet haben, dass das dann wieder rausgenommen wird. Also die mussten dann einfach Leute für Pressearbeit abstellen und sind deshalb auch nicht so schnell vorangekommen, wie sie hätten gerne wollen. Und deswegen verschiebt sich jetzt der Start der Nexo 2 auf 2018. Aber das war schon ziemlich krass. Also da ist mir kurz die Kinnlade runtergefallen, als ich das heute Mittag recherchiert habe. Äh, tue ich auch aus. Das ist, äh, in der Tat relativ krass. Das, das habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Hm, ich auch nicht. Die sprechen auch in dem Artikel nur von dem U-Boot-Vorfall und thematisieren das gar nicht so. Und ich glaube, was ist denn da los? Da habe ich noch gar nichts von gehört. Hm, aber ... Ähm, Raumfahrt. Was ist die Nexo 2? Ganz kurz bloß. Das ist eine kleine Testrakete von denen mit einem Testtriebwerk. Also das ist einfach bloß eine, wirklich eine reine Testrakete, mit der halt die Technik getestet werden soll. Also Zeugs wie, wie, äh, wie baut man korrekterweise einen Treibstoffanzeiger, also einen Füllstandsanzeiger. Äh, und was kann alles schiefgehen, wenn man so eine Rakete startet? Und, äh, die wird betrieben mit, ähm, flüssigem Sauerstoff und, äh, ich glaube, Ethanol. 70% Ethanol. Mhm. Um, äh, halt die Temperaturen halbwegs erträglich in der Brennkammer zu halten. Ähm, also praktisch die gleiche Mischung, die man damals schon hatte, äh, als Werner von Braun, äh, seine Raketen gebaut hat. Nur eben ohne Turbopumpe, äh, sondern, äh, reindruckgesteuert. Also, reindruckgefördert. Mhm. Ja. Ja, die wollen ja dann, ähm, auch das Ganze dann mit einer Person im Endeffekt starten. Äh, Pika, glaube ich, Irgendwann mal, ja. Raumschiff heißen und dann halt einen suborbitalen Weltraumflug damit veranstalten. Jo. Das ist das langfristige Ziel. Bin sehr gespannt, ob das irgendwann mal klappt. Äh, ach, die sind ja eigentlich sehr aktiv eigentlich. Wobei... Die sind sehr rege, posten auch immer von allen ihren Sachen, die sie da bauen, immer schöne Bilder auf Twitter. Ja, und also der YouTube-Kanal von denen ist absolut empfehlenswert. Äh, ich hab da mehr über Raumfahrtechnik, äh, konkrete Raumfahrtechnik gelernt als in manchen anderen Dingen. Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Ja. Äh, ja, aber ich weiß nicht, äh, wird man sehen. Es ist auf jeden Fall ein Projekt, das, äh, egal, ob's erfolgreich ist oder nicht, auf jeden Fall ein Erfolg wird. Oder jetzt schon ist er eigentlich. Ist einfach, ich find's einfach cool. Punkt. Ja, das ist auch, also es sind halt wirklich Non-Profit, die verdienen da kein Geld mit, machen das, äh, größtenteils auch in ihrer Freizeit. Ähm, das ist schon irgendwie eine coole Sache. Das ist so ein bisschen, ähm, Modellbau, äh, gone too far. Ja, genau. Äh, na, zurzeit noch nicht. Zurzeit ist alles noch im Rahmen. Es ist, äh, sehr exzessiv vom Modellbau her. Aber, ähm, ja. Ja. So, ähm, apropos etwas später. Äh, etwas später fliegt auch SLS. Wer hätte es gedacht? Hm, Space Launch System, das ist die neue große Rakete der USA. Äh, genau. Äh, kaum wechselt die Regierung, äh, schon ist der Zeitplan, der, der zuvor noch, äh, total gut eingehalten werde, werden können sollte, äh, über den Haufen geworfen worden. Und, äh, wird jetzt, äh, mindestens ein Jahr später fliegen. Äh, ich glaube, anstatt, ich glaube, 2019 ist vorgesehen oder so. Genau, 2019 und dann EM2 2020 und dann 2023 EM3, wo jetzt die ersten Pläne für stehen, dass das dann das Habitation-Modul für das Deep Space Gateway starten soll. Jo, ähm. Mal sehen, ob das zu alles hinkommt. Ja, also, äh, Pläne. Tja, und grad bei SLS war es ja durchaus absehbar, dass das irgendwie ... Hast du gelesen, warum sich das verzögert hat? Das ist ja auch irgendwie eine sehr interessante Geschichte. Äh, nee, hab ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hatte ja schon längere Zeit, war ja irgendwie immer klar ... Weil ich hab das nachgelesen. Die hatten irgendwie so, die hatten so einen gewissen Puffer drinne gehabt. Ne, in, in allem Möglichen. Und, äh, der Puffer wurde halt immer weiter aufgebraucht. Und, äh, klar, ein was, was passiert ist, ist jetzt, dass, ähm ... Ah, welcher war das? Das war ein Tonnen ... Stimmt, das war ein Tornado, der durch so eine Halle durchgeflogen ist oder über so eine Halle durchgegangen ist und dabei den Sauerstofftank, äh, von SLS oder ein Sauerstofftankteil, so ein, äh, was war das, ein Dome, ein Tankdome? Nee, 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 das war ein Worker, der das ... Also, das war ein Mitarbeiter, der den irgendwie beschädigt hat. Ach so. Ah, das war das? Aber das war gar nicht der Hauptgrund. Verdammt, was war denn das? Was war denn das dann mit dem, mit dem Gebäude? Ich weiß es nicht, aber was ich jetzt gelesen habe, ist auch sehr interessant, ähm, die haben, äh, einen Kopf bei so einer Schweißmaschine ausgetauscht, ähm, der halt diesen Tank zusammenschweißt. Und, äh, dann festgestellt, nachdem sie ein paar, also nachdem sie halt den Tank fertig geschweißt haben, dass dieser neue Pin von diesem Schweißer, ähm, die, die Nähte nicht stark genug macht und die zu zerbrechlich waren, um durch dieses Testverfahren durchzukommen. Und jetzt ist dieser Tank gar nicht verwendbar für EM-1, also für Exploration Mission 1. Tjo, dann müssen sie nochmal einen neuen bauen. Ja, und dann drauf achten, dass sie den richtig zusammenschweißen. Das ist natürlich, äh, der Vorteil von Kohlestofftanks, die muss man nicht schweißen. Ja. Da muss man nur wickeln. Oh, okay, Moment, äh, der Flugtermin ist viertes Quartal 2019. Ja, Ende 2019. Und, äh, es heißt auf jeden Fall no earlier than, also nicht eher als der 15. Dezember 2019. Also 2020. Genau. Wette ich mit dir. Genau, das wollte ich. Frühestens. Das wollte ich damit antworten. Wenn nicht 2021. Genau, also vor 2020, äh, braucht man da, glaube ich, äh, nicht viel erwarten. Wann, wann sind die nächste Wahlen in den USA? Äh, wann waren die letzten? 2016. Also 2020. Äh, im Oktober. Also definitiv, äh, nach der nächsten Präsidentenwahl. Ja, mal schauen, wer dann Präsident oder Präsidentin ist. Ja, wenn es zwischendurch keine Machtergreifung gegeben hat und die Wahlen ausgesetzt werden. Das ist auch noch alles möglich, oder Trump impeached wurde? Ja, äh, oder halt Kriegsrecht verhängt wurde oder sowas. Ja, ich weiß nicht. Siehst du da? Ja, also die, äh, heute hat ja, heute hat ja ein Pressesprecher von Nordkorea in Nordkorea gesagt, ähm. Ja, Amerikaner im Krieg erklärt. Dass die Äußerung, dass die Äußerung der Amerikaner, des amerikanischen Präsidenten als Kriegserklärung aufgefasst wurden. Äh, und so, ähm, ja, wir, irgendwie so davon zu sprechen, ja, wir werden dieses Land vernichten, äh, das ist durchaus so zu interpretieren. Man muss dazu sagen, das haben die Amis gesagt, nicht die Nordkoreaner. Ja, genau, ähm, ja, ähm, also nicht nur die, nicht nur die Worte, die haben ja jetzt auch Manöver mit atomwaffenfähigen, äh, Bombern an den Grenzen zu Nordkorea geflogen. Was an sich nichts Neues ist, nur, dass sie diesmal noch ein Stück näher als sonst war. Ja, genau, hab ich auch geschrieben, Provokation, ach nee, sind ja die guten, sind ja die richtigen Bomber. Ja, ja. Sind ja die guten Atombomben. Ähm, jo, äh, ja, gut, äh, leidiges Thema, ähm, äh, leidig, aber, äh, äh, man darf nicht vergessen, das ist möglicherweise, äh, wirklich jetzt historisch, ne, historisch, äh, kann das, kann das jetzt total in die Hose gehen, sowas. Ähm, ähm, und zwar auf einer Skala, die, äh, die, die Bundestagswahl dann doch relativ trivial erscheinend ist. Ja, tatsächlich, äh, kann man nur hoffen, dass, dass alles, dass, dass wir dann, äh, auf diese Geschichte zurückschauen, wie wir jetzt auf die Kuba-Krise oder generell auf den Kalten Krieg. Genau. Es ist ja jetzt neulich dieser, dieser sowjetische, äh, Soldat verstorben, der den Atomkrieg verhindert hat. Ja, zumindest wird er dafür gefeiert, man weiß halt nicht, wie genau die, die Abfolge, die, die Reihenfolgen dort sind und die, die, ähm, ach, wie heißt das? Ach, jetzt lass doch dem Mann seinen Atomkriegsverhinderer-Status. Ja, ich bin halt. Der ist alt und tot. Der ist alt und tot, ja, ähm, ich, ähm. Es gibt ja immer diesen, es gibt ja immer diesen, äh, Streit zwischen, äh, bei den Historikern mit dieser Great Man History und, äh, Trans and Forces, ne? Und, äh, du kannst dir jetzt überlegen, auf welcher Seite ich da bin. Du bist auf der Great Man-Geschichte, äh, Geschichtsseite, das merke ich ganz deutlich. Ja, ja, ja. Ja, nicht so richtig, ehrlich gesagt, ähm. Ähm, aber du hast, du hast vorhin von Hurricane gesprochen, ähm, von, von einer Verwüstung, äh, im, im, sagen wir mal, entfernten Raum-Weltallbezug durch einen Hurricane können die ja heute berichten. Ja, ich hab, äh, da hab ich mir auch nur versprochen, da meinte ich eigentlich einen Tornado, aber, äh, es, es gab ja auch noch einen Hurricane, äh, in Houston, äh, dann Kennedy Space Center genauso, äh, da hat man aber nicht viel gehört. Ich glaub, so hoch waren auch die, die Windgeschwindigkeiten. Ja, ich glaub, da ging's noch. Aber wen's jetzt richtig getroffen hat, ist, äh, Puerto Rico. Die größte und bevölkerungsreichste Kolonie der USA. Ja, ein Vasallenstaat, könnte man auch sagen. Ja, ungefähr so viele Einwohner wie Berlin übrigens, verteilt über die Insel. Ja, ich hab, also man hört da ganz schlimme Geschichten irgendwie von, es ist, es ist erstmal für die nächsten Jahre keine, äh, keine Landwirtschaft auf Puerto Rico möglich. Und, äh, irgendwie ganze Landstriche, die da nicht nur entvölkert, sondern komplett alle Vegetation, äh, entwurzelt wurde. Ja, das ist schon krass. Tja, äh, die hätten halt, äh, aus der Geschichte lernen sollen. Äh, ich glaub, 1928 oder um den Dreh rum ist das letzte Mal ein Hurricane der Stärke da durchgezogen. Und, ja, du hast halt dann die Wahl. Entweder du sagst, okay, sowas kann hier passieren, dann bereiten wir uns besser mal drauf vor. Ja, mit welchem Geld? Oder du machst das halt nicht, naja, also, äh, prinzipiell, äh, hat Puerto Rico zwar relativ wenig Geld, aber immer noch ziemlich viel im Weltmaßstab. Mhm. Ja, also, wenn die, wenn die sich dazu entschlossen hätten, zu sagen, äh, wir müssen uns darauf vorbereiten, weil ansonsten sieht's scheiße aus, dann hätten die das gekonnt. Mhm. War genug Zeit. Ja, aber jetzt ist auch der Umgang der USA mit Puerto Rico, mh, nicht so gut, also irgendwie der- Überhaupt nicht, nicht. Governor von Puerto Rico meinte, da ist jetzt eine, eine, äh, humanitäre Krise, die sich vor den Augen der USA und vor allem in den USA abspielt und, ja, so wirklich was getan, also Trump hat jetzt da mal das Notstandsrecht verhängt, aber, dass es da jetzt eine Luftbrücke gibt, irgendwie so, wir müssen hier pray for Puerto Rico, ist nicht so wirklich. Nee, nicht so richtig. Aber gut, vielleicht beten tun sie, aber. Irgendwer auf Twitter hat ja eine Liste rausgefischt, ähm, und zwar ist es ja so, äh, wie gesagt, es ist eine Kolonie der USA, äh, Territory oder wie die auch das mal. Ja, die Nomenklatur ist jetzt, äh, also, wir wissen, dass es keine richtige Kolonie ist, aber im Grunde ist es eine Kolonie. Sie dürfen den Präsidenten nicht wählen und sind trotzdem. Das war die Zeit des, äh, das war die Zeit des amerikanischen Imperialismus, ähm, wer da genaueres hören will und, und Englisch halbwegs gut kann, der kann bei Hardcore History, äh, sich das anhören, äh, da gibt's eine Ausgabe namens American Peril und, äh, ja, lohnt sich mal anzuhören. Ähm, das war der amerikanisch-spanische Krieg, da haben die unter anderem auch Kuba erobert, äh, und ich glaube auch Puerto Rico zu der Zeit, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, äh, wenn es irgendwas war, das schon er, ähm, aber ich glaube, das müsste, das müsste in die Zeit gehören. Ähm, ähm, ganz kurzer Einschub, ich sehe gerade, auf Twitter wird gerade gemeldet, dass der Vortrag von Elon Musk, ähm, live gestreamt wird. Aha, okay, ja, das ist. The Elon will be televised. Äh, die Revolution nicht, na super. Ähm, wie bin ich drauf gekommen, ähm, der Punkt ist, ja, die Einwohner dürfen den Präsidenten nicht wählen, aber es gibt dort Mitglieder der Republikanischen Partei der USA. Und die wiederum, äh, dürfen, äh, bei den Preliminaries, also die, bei der Wahl, bei der Kandidatenkür der Republikanischen Partei, äh, die heißen Primaries, nicht Preliminaries. Ach so, äh, ja. Das sind ja nicht die vorläufigen Präsidentenwahlen. Äh, ja, du hast recht, du hast recht, äh, sorry. Ähm. Das ist ja cool, wir wählen jetzt Preliminary den Präsidenten und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Naja, die Kandidatenwahl halt. Ähm, und, äh, ich weiß nicht, die haben dann halt irgendwie 87 Prozent oder so haben halt für, äh, den anderen gestimmt und zwölf Prozent für Trump. Mhm, also von Puerto Rico oder wie? Genau, genau, also, ja, von den Republikanern dort. Ähm. Und, äh, zumindest wurde da so unterschwellig angedeutet, das wäre jetzt irgendwie so die, die, die Strafmaßnahme, äh, ob das nun so ist, ist eine zweite Frage. Aber warum reden wir jetzt in diesem Podcast darüber? Natürlich, äh, wir sind, äh, bekannt für unsere Abschweifung, aber es gibt auch ein Weltraumthema in dem Bereich. Ja, das ist Arecibo. Ähm, ähm, dort auf, äh, Puerto Rico gibt es Karstformationen, äh, so heißen, ja, so, was du halt auch in, in Florida hast, wo dann halt gerne mal, äh, der Untergrund ausgewaschen wird vom Wasser. Ähm, weil es halt aus, ähm, aus Karbonaten besteht, die halt prinzipiell wasserlöslich sind und, äh, an manchen Stellen senkt sich das richtig schön ab und das sieht dann aus wie ein Krater. Und wenn man, äh, einen Krater hat, dann, äh, hat man so fast schon eine Schüssel in der Gegend rumliegen und dann braucht man die bloß noch ein bisschen auskleiden mit Beton und, äh, irgendwelchen Gittern. Und dann kann man eine wunderbare kugelförmige Antenne da bauen, in dem Fall eine mit 300 Metern Durchmesser und daraus das, äh, ehemals größte Radioteleskop der Welt bauen, nämlich Arecibo. Ähm, ehemals deshalb, weil, äh, seit letztem Jahr China natürlich das Größte hat mit 500 Metern. Äh, übrigens auch Karstformationen, auch so eine Senke. Ja, und, äh, ja, Arecibo wurde beschädigt. Äh, nicht so schwer, wie ich erst gedacht hatte. Ähm, aber die Reparatur wird trotzdem einiges kosten und, äh, bisher war ja noch nicht mal die Finanzierung des normalen Betriebes immer gesichert. Also da gab's ja, gibt ja wirklich jedes Jahr, äh, gibt's ja Spendenaufrufe und sonst was, um Arecibo irgendwie weiter zu betreiben, äh, weil die Gelder irgendwie ständig nicht ausreichen. Und jetzt, äh, darf man gespannt sein, ob es da noch mal was gibt. Ähm, ja, das ist eine Line-Feed-Antenne, die da abgestürzt ist. Äh, die ist nicht, äh, essentiell, um insgesamt dieses, äh, Teleskop zu betreiben, nur für ein paar Experimente. Ähm, aber, naja, muss halt wieder ersetzt werden. Man muss gucken, was sonst noch alles beschädigt ist. Das ist alles noch nicht ganz raus. Ähm, es steht daneben eine 12-Meter-Antenne, äh, die irgendwie das, das, ähm, das Teleskop unterstützen kann, äh, für irgendwelche Messungen. Ähm, ich bin wirklich kein Experte, was, was Radioteleskope und Radiotechnik angeht. Ähm. Ähm, sehr enttäuschend. Ist es sehr enttäuschend, ich weiß. Ähm, ich hab so von Optik Ahnung. Falscher Wellen-Mengen-Bereich. Ähm, ja, äh, also so heißen es, es gibt dort einige Schäden. Das Ganze wird auf jeden Fall ein paar Millionen kosten, das Ganze zu reparieren. Und die große Frage ist halt, äh, wird die jemand zur Verfügung stellen? Äh, das größte Problem zur Zeit sind weniger die Schäden als vielmehr die Tatsache, äh, dass ringsrum um das Teleskop halt alles Mögliche beschädigt ist. Also Zugangsstraßen und das Infrastruktur für die Leute, die dort arbeiten. Sowas wie das nächste Krankenhaus in der Gegend, das halt komplett zerstört wurde durch den Sturm. Ich glaub, das andere Krankenhaus, was es dort gibt, das droht grad von der Klippe zu rutschen. Ja, irgend sowas. Also, äh, es ist, es ist dort einiges, äh, kaputt halt gegangen. Und, ähm, ja, man, man muss jetzt schauen, wie das erstmal weitergeht. Äh, es gibt auch keinen Strom derzeit. Äh, das, äh, Stromnetz dort ist halt klassisch amerikanisch. So heißen nicht für Stürme geeignet, auch wenn sie ständig auftauchen. Äh, ja, viele Ober-, also viele freiliegende Leitungen und so weiter, ähm, die halt sehr schnell kaputt gehen. Ähm, ja, obwohl man halt weiß, dass man dort mit Tropenstürmen echt zu rechnen hat. Also, ne, man ist in den Tropen, man sollte mit Tropenstürmen rechnen. Großer Tipp von mir. Ähm, ja, äh, ja, tut mir leid. Also, ich bin da ein bisschen sarkastisch immer bei, gerade bei den Amerikanern, äh, und ihre Vorbereitung auf, auf, äh, Hurricanes. Ähm, das ist wirklich so, bei, wenn man, wenn es irgendwie einen Hurricane gibt und man guckt so in die Berichterstattung von der jeweiligen Stelle, wo der wohl an Land gehen wird vom letzten Jahr, dann wird sich garantiert irgendeine Story finden, äh, in der steht, äh, was ist, wenn dieses Jahr der große Hurricane kommt, vor dem wir schon die ganze Zeit Angst haben. Wir sind leider nicht vorbereitet. Ähm, egal ob Houston, egal ob Miami oder sonst irgendwas, Tampa Bay war es dieses Mal, äh, ist immer wieder das Gleiche. Mhm. New Orleans war auch schon, äh, New York sowieso, also der letzte richtig große und starke Hurricane in New York war 1938. Der New England Express, äh, Stärke 3. Ähm, man erinnert sich vielleicht noch an den, äh, an die, an diesen, äh, Killer-Sturm Sandy, der, äh, bei Stufe 0 angekommen ist, Kategorie 0. Also, es gab eine Boje knapp vor der Küste, die ganz kurz mal noch so auf 120 kmh gekommen ist oder 122 kmh-Messung, was dann Kategorie 1 war. Aber an Land war halt alles schon nicht mehr, nicht mehr Hurricane-Stärke. Jetzt stellt man sich vor, da kommt noch mal einer mit, noch mal ein Hurricane mit Stärke 3 rein. Wie willst du den dann nennen? Ich meine, Killer-Sturm und Monster-Sturm sind schon vergeben. Äh, was ist dann der nächste, der nächste Superlative, ne? Das geht einem dann doch recht schnell aus. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Arecibo, ähm, wie gesagt, 300 Meter große Antenne, äh, Das täuscht ein kleines bisschen, weil eigentlich diese 300 Meter werden, soweit ich weiß nicht, komplett ausgenutzt. Ähm, man hat halt nur eine Antenne, also eine Schüssel, die halt da liegt. Das heißt, man kann diese Schüssel, anders als zum Beispiel in Effelsberg in der, in der Eifel, nicht schwenken. Und, äh, hat dann halt praktisch, äh, den Empfänger so gebaut, dass man den Empfänger bewegen kann. Und, äh, dadurch halt bestimmen kann, wie man, äh, den, den, den Empfang sozusagen ausrichtet. Äh, was wurde damit gemacht? Also es wurde halt schon alles möglich mit Arecibo gemacht, äh, von natürlich klassischer Radio-Astronomie. Ähm, bisschen zu Filmkulisse. Bisschen zu Filmkulisse für James-Bond-Filme, natürlich. Und natürlich nicht zu vergessen Contact. Contact, ja, Contact auch, ähm, netter Film, komisches Ende. Ja, aber. Realistisches Ende eigentlich, aber, also, also, schon ein Ende, das einem ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ich fand Contact nicht schlecht, das ist durchaus ein sehenswerter Film. Ist nicht schlecht, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, äh, das, ja. Ja, ähm, Moment, äh, zurück. Was, wofür natürlich Arecibo sehr bekannt geworden ist, ist einmal Seti, äh, die Suche nach außerirdischem Leben. Da wurde halt, ja, alles Mögliche, was damit halt aufgezeichnet wurde, dann analysiert, ob man nicht irgendwelche Signale findet. Äh, man hat noch keine gefunden. Zumindest keine, äh, die, die irgendwie eindeutig auf außerirdisches Leben oder sowas hindeuten würden. Es ist eigentlich, ähm, es heißt ja nicht, ähm, das ist nicht die Primäre. Nee, aber es heißt ja nicht Suche für außerirdisches Leben, sondern Suche für außerirdische Intelligenz. Stimmt, ja. Weil außerirdisches Leben kann man ja nicht unbedingt mit Intelligenz gleichsetzen. Das stimmt. Es heißt ja nicht Seti, sondern Seti. Grüner Schleim, grünen Schleim gibt es reichlich, aber schöne Frauen sind selten. Was ist denn das jetzt hier? Haraldlösch. Nee, das hat er nicht wirklich gesagt, oder? Äh, doch, ich glaub schon. Ach nee. Naja, gut, das ist die Frage, was man dann als schöne Frauen klassifiziert. Nach welchem Ideal. Genau. Genau, äh, also es kann auch sein, dass er nicht schön gesagt hat, aber irgend sowas war es. Es war definitiv grüner Schleim mit Frauen. Äh, ja. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja, wofür es natürlich sehr berühmt geworden ist, sind die Radaraufnahmen. Äh, was ja eigentlich der totale Wahnsinn ist, ne? Also du machst halt Radaraufnahmen von Zeug, das weit weg ist. Im Sinne von richtig, richtig böse weit weg. Äh, Arecibo hat, ähm, Berge vermessen. Nicht etwa auf der Erde, auch nicht auf dem Mond, sondern auf der Venus und, äh, ich glaube auch, äh, auf diversen, äh, Jupiter-Monden oder sowas. Eine sehr große Radarantenne, halt. Ja. Kann man sehr viel anpingen mit. Und sind einige der stärksten Signale, die jemals von der Erde gesendet wurden. Äh, ja. Ist es eigentlich so, dass dann, dass man damit dann, dass dann Vögel gebraten werden, die dann grad durchfliegen? Ähm, ich glaub nicht ganz so schlimm. Das dürfte es, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, äh, wie hoch die Leistungen genau sind. Äh, und vor allen Dingen, wie, wie die, äh, Leistung pro Fläche ist. Äh, äh, keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht, ähm. Ja, wird wahrscheinlich nicht so, nicht so, äh, stark sein wie Project, wie dieses Segel, was sie dann mit Lasern antreiben wollen. Na, das sowieso nicht. Nein, es werden keine, es werden keine 100 Gigawatt pro Quadratmeter sein. Definitiv nicht. Ähm, ja, äh, ist halt wirklich, äh, ziemlich, äh, ziemlicher Wahnsinn, dass man das machen kann. Ähm, das sind dann auch Signalstärken, die ganz locker ein paar Lichtjahre später noch gemessen werden können. Also, äh, wirklich im Sinne von richtig locker. Äh, hatte ich irgendwann mal. Also, dass dann, ja. Dass dann tatsächlich von anderem intelligenten Leben aufgefangen werden könnte. Äh, ja, die das dann auffangen und merken, aha, da war irgendwie ein Impuls, der vielleicht für Radar geeignet sein könnte. Aber wir haben nur einen gekriegt, der hat sich nie wiederholt und möb. Ja, das ist das Problem. Na, jetzt wird da eben, jetzt im Moment wird da eh nichts ausgesandt, weil ja kein Strom da ist. Genau. Ähm, was natürlich ausgesandt wurde. Alle Alien-Anrufe gehen direkt auf den Anrufbeantworter. Ja, ähm, es gab allerdings schon ein paar Versuche, äh, mit Arecibo, äh, diverse Nachrichten, äh, zu verschicken. Äh, und ich hab leider nicht dran gedacht, dass ich mich darauf hätte mal vorbereiten können. Und es gab dann, es gab da irgendwie komische Geschichten, äh, dass dann irgendwelche Präsidenten ansprachen, irgendwie, dass man, dass man dann irgendwelche, äh, Nachrichten, äh, von berühmten Persönlichkeiten haben wollte. Und sich dann irgendwie, äh, ein Senator nach dem Nächsten vorgedrängelt hat, um da irgendwie seine politische Botschaft da reinzubringen. Und das hat man dann, glaube ich, auch tatsächlich gesendet. Gesendet und dann hat man irgendwie später gleich noch eine Sendung hinterhergeschickt, um irgendwie zu zeigen, dass man doch nicht ganz so blöd ist oder irgend sowas. Entschuldigt für die Politiker oder wie? So ungefähr, nee, nicht ganz, aber halt irgendwie eine intelligentere Botschaft halt. Ähm, also mindestens hat man, äh, einmal so eine Bildbotschaft, äh, ausgesendet. Und das sieht man dann auch im Wikipedia-Artikel, wie die aussieht. Ähm, ja, hatte ich nicht dran gedacht, dass ich mir das nochmal hätte genauer angucken können. Ähm, wen es interessiert, guckt es euch mal an. Ansonsten irgendwann, äh, wäre ich sicher, mit Sicherheit nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Es gibt auch ein sehr schönes Tom-Scott-Video, wo er, ähm, mit Matt, äh, im Arecebo war. Stimmt. Genau. Sind sie auch in die Kuppel reingelaufen. Also in diesem, was da drüber hängt. Den Gregorian Dome. Genau, äh, das bezieht sich übrigens auf die Bauart von dem, äh, von dem Teleskop. Also du hast halt, äh, einen sphärischen Hauptspiegel und, äh, dann noch einen Empfängerspiegel oben. Ähm, und das ist halt so ein Gregorian Teleskop. Äh, funktioniert im Radiobereich genauso wie im optischen Bereich. Ähm, und ja, damit kann man dann halt, äh, obwohl man halt einen kugelförmigen, ähm, Hauptspiegel hat relativ gute Signale empfangen. Also du meinst Halbkugel, nicht kugelförmigen? Äh, ja, also es gibt halt so, also ein Kugelausschnitt ist das. Ja. Also ein Ausschnitt von einer Kugeloberfläche. Nicht eiförmig, sagen wir so. Äh, ja, es, also normalerweise hat man weniger einen eiförmigen, äh, es gibt, im Wesentlichen gibt's bei Spiegelteleskopen so zwei Kategorien. Die einen haben halt parabolische, äh, Hauptspiegel und die anderen haben sphärische, also kugelförmige. Und, ähm, ja, die parabolischen, die kennt man so, Parabolantennen heißen ja die Satellitenschüsseln nicht ganz umsonst. Die sind dann halt tatsächlich so parabolisch, äh, meistens einfach irgendwie kugelförmig, aber nahe genug dran an der Parabel, dass es dann halt irgendwie trotzdem klappt. Ähm, äh, wichtig ist das dann halt bei optischen Teleskopen. Also wenn du da einen kugelförmigen Spiegel hast, dann wird das Bild doch relativ matschig. Äh, stattdessen nimmt man halt einen parabolförmigen, äh, der dann zumindest an einem Punkt ein sehr scharfes Bild liefern kann, äh, auch wenn's nach außen hin dann etwas unschärfer wird. Da gibt's dann wieder irgendwelche optischen Elemente, die man noch reinschieben kann. Das nennt sich dann Koma-Korrektor. Äh, Koma, also sieht dann so, also wenn man in einem normalen Spiegel, ein Teleskop mit parabolischem Spiegel sich die Sterne anguckt, äh, am Rand hin, äh, sehen die dann alle so ein bisschen aus wie so ein Komet. Der Kometenschweif heißt halt Koma oder Har und, also, ja, Koma heißt, äh, ist lateinisches Wort für Har. Ähm, und mit so einem Koma-Korrektor kann man das halt dann korrigieren. Oder man nimmt einen sphärischen Hauptspiegel und, äh, korrigiert, äh, den seinen Fehler von Anfang an. Äh, das bietet sich manchmal an. Ähm, und, äh, ja, macht das dann halt damit. Das sind dann entweder Maxuthoff, äh, ja, Maxuthoff-Teleskope, manchmal auch Maxuthoff-Kassegern oder, äh, Schmidt-Teleskope. Und das sind halt so Korrekturflächen, äh, bei Maxuthoff sind das einfach bloß, äh, das, das sieht immer aus wie so der Boden von einer Cola-Flasche, bloß halt in klar, äh, eine sehr dicke, sehr dicke, äh, Meniskuslinse, einfach aus Glas, zwei Kugelflächen hintereinander und, äh, ja. Und die Schmidt-Platte ist wieder eine sehr merkwürdige Form, äh, die aber tatsächlich ganz einfach erzeugt wird. Ähm, man nimmt eine, eine Glasscheibe, packt die auf den Topf, ähm, packt ein bisschen Fett auf den Rand von dem Topf, sodass die, sodass die Scheibe da luftig draufliegt und dann saugt man die Luft aus dem Topf, dann biegt sich durch den Unterdruck die, die Scheibe durch und dann, äh, schleift man die oben glatt. Halt die obere Seite von der Scheibe, äh, wird dann halt einfach glatt geschliffen und, äh, dann wird die Luft am Ende wieder reingelassen und dann ploppt die zurück und dann hat die genau die richtige Form, die man braucht, um, äh, diese, äh, um die Fehler von der, von dem sphärischen Hauptspiegel, äh, zu korrigieren. Klingt, als hättest du das schon mal gemacht. Äh, nein, aber ich hab ein Buch von Bernhard Schmidt über, über Schmidt-Teleskope von dem Erfinder Bernhard Schmidt, äh, gelesen. Okay. Was, was auch so eine Type war, äh, irgendwie, ich glaub im ersten, ich weiß nicht, ob das im Ersten Weltkrieg war oder ob der vorher, der hat irgendwie eine Hand verloren gehabt. Ähm, ich glaub, irgendwie mit, äh, Feuerwerkskörpern rumgespielt oder irgend sowas. Äh, äh, so heißen, der hat nicht nur, äh, irgendwie eines, eine der beliebteren Teleskopformen, äh, entwickelt, sondern der hat das alles mit einer Hand gemacht. Ja, vielleicht hat der ja einen Assistenten gehabt. Äh, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube mich zu erinnern, äh, dass der, das wirklich, äh, irgendwie, irgendwie hat der, hat der sehr viel davon wirklich selbst und einhändig gemacht. Also, äh, ja, Wahnsinn. Ja. Ich fand halt diese Technik einfach geil, ne, also du, du überlegst dir, Mensch, verdammt nochmal, ich brauch hier irgendwie eine optische Fläche, äh, die irgendwie das und das und das machen kann und, äh, dann macht der das, indem er halt, äh, das Ding auf eine, auf den Topf, äh, legt und die Luft raussaugt und das dann oben halt klatt macht und das zurückploppen lässt. Ähm, finde ich, finde ich einfach genial. Ähm. Äh, funktioniert, äh, natürlich mit Radioteleskopen jetzt nur so mäßig, da kann man vor allen Dingen kein Glas nehmen, da muss man dann irgendwie Wachs oder Paraffin oder sowas nehmen. Ja, du kannst doch einfach Paraffin nehmen, einen sehr, sehr großen Paraffinblock dann, äh, äh, der hat einen gewissen Brechungsindex von, äh, Mikrowellen. Das, das ist so Zeugs, das man macht, wenn man Physik studiert und da, äh, irgendwie Praktika hat. Da haben wir mit Mikrowellen rumgespielt und, äh, Paraffinblöcke gehabt, um da, und irgendwie Prismen gebaut und dann Totalrefektion gemacht und, äh. Müsste man den, den Lars, äh, vom, ähm, auf das Hans-Podcast fragen, ob er das schon mal gemacht hat? Was? Ja, sich so, so ein Spiegel geschliffen. Ähm, also ich hab sowas mal gemacht in dem Sinne, dass ich einen sphärischen Spiegel von einem Teleskop ausgebaut habe und den, äh, versucht habe, halbwegs parabolisch zu schleifen. Äh, das sind minimale Unterschiede, das macht man dann gar nicht mehr so sehr mit Schleifen, das poliert man einfach. Äh, da gibt's dann so, so Testinstrumente, oh, das ist so lange her, ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig dran, wie heißt diese Schneide? Äh, es gibt da so einen Test mit einer Messerschneide, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ähm, sehr, sehr einfaches Ding, also du brauchst halt wirklich bloß, äh, irgendwie sowas wie eine Rasierklinge oder so und eine LED und, äh, irgendeine Haltevorrichtung, mit der du halt, äh, den genauen Abstand zwischen, ähm, der Schneide und dem Spiegel, ähm, ja, feststellen kannst. Oder zumindest die, die, die Änder, den, den, den Abstand, äh, relativ genau ändern kannst. Mhm. Das machst du, äh, in der Amateurvariante einfach, indem du dir im Baumarkt eine M8-Schraube kaufst und eine passende Mutter dazu. Und wenn du dann an der Schraube drehst und die Mutter, äh, einfach fest hast, ähm, dann kannst du, äh, ziemlich genau den Abstand ändern, weil, ähm, ja, eine volle Umdrehung an dieser M8-Schraube macht genau einen Millimeter Abstand. Und wenn du dann halt, äh, die Schraube um ein Achtel drehst, äh, dann weißt du, dass du den Abstand um 125 Mikrometer geändert hast. Und auf die Art und Weise kannst du dann halt ausrechnen, äh, was für eine Form du gerade hast. Also das ist wirklich, äh, es ist extrem genau. Also dafür, dass das, dafür, dass das, äh, so ein primitiver Aufbau ist, äh, kann man damit sehr genau messen, äh, im Sinne von, im Sinne von auf ein Achtel einer Wellenlänge des Lichts, das man benutzt. Wie sind wir eigentlich jetzt zu diesem Thema gekommen? Äh, über die, über den, über das Arecibo-Teleskop, äh, und dessen Bauform. Ah, ja, ähm, wollen wir vielleicht, wir haben noch ein bisschen, bisschen andere Themen vorbereitet. Genau, ähm, Rast, welches willst du denn nehmen? Ähm, ich hab grad so viel gequatscht. Ja, ja, ich nehme mal was Kurzes, ähm, geht auch ganz schnell. Äh, Osiris Rex ist ja letztes Jahr gestartet, ähm, heißt ja, äh, im, äh, mit bürgerlichem Namen, sagen wir es mal so, ähm, muss ich grad nachschauen, da hab ich natürlich jetzt nicht, äh, im Kopf. Genau. Origin Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer, ähm, ist natürlich ein ganz schöner Name, äh, wahrscheinlich gewählt, damit das ein schönes Akronym bildet, Osiris Rex, also der ägyptische Götterkönig, der nämlich zum Asteroiden Bennu fliegt, äh, auch ein ägyptischer Name. Herr Kam, wann, wann war der eigentlich? Jetzt muss ich gucken, wann Osiris Rex, äh, wir waren ja in der Ausstellung gewesen. Ausstellung? Äh, na, im, im, im Museum, im Neuen Museum. Ja, was ist mit, was willst du jetzt nachschauen? Ich will jetzt wissen, auf was für einen ägyptischen König sich das bezieht. Ein, nee, also den Götterchef. Ach so, ach so, jetzt, ah, klar, nee, also weil Gottkönig, dann wäre es ja ein, ein König noch gewesen. Nee, ich meine halt Osiris. Du meinst den, den, okay, alles klar. Genau, ähm, ist der ägyptische Gott des Jenseits der Wiedergeburt und des Nils. Jo. Ähm, und, äh, der ist ja am 8. September 2016 gestartet auf einer Atlas-5-Rakete und ist jetzt, äh, an der Erde wieder vorbeigeflogen, hat nämlich ein Gravity Assist gemacht, äh, äh, nachdem er einmal um die, um die Sonne geflogen ist und, äh, ist mit einer nächsten Annäherung von, war ich's nicht, ich hab's mir aufgeschrieben, genau, mit einer nächsten Annäherung von 17.237 Kilometern an der Erde ziemlich genau über Kap Horn hinweg geflogen, ähm, also zwischen Kap Horn und der Antarktis, äh, am letzten Freitag. Über die Drake-Straße. Genau, am letzten Freitag um 14.52 Uhr, äh, kann man sich jetzt ein bisschen, also, wenn man's nicht grad, äh, orbitale Mechanik auswendig kann, kann man sich ja unter 17.000 Kilometern nicht so viel vorstellen, das ist aber unter einem geosynchronen Orbit. Ist ein bisschen mehr als näher Durchmesser. Genau, ähm, also ziemlich nah dran, man muss sogar schauen, dass da keine Satelliten im Weg stehen, während Osiris Sachs durchfliegt, weil der hat schon ein bisschen Schwung drauf, ähm, und hat jetzt nochmal an Geschwindigkeit gewonnen dadurch, er hat eine, er hat sich um 3,8 Kilometer pro Sekunde beschleunigt durch diesen Gravity Assist, ähm, was doppelt so viel wäre, als wenn man das, äh, wenn man alle Triebwerke, die Osiris Sachs hat, äh, komplett durchgezündet hätte, bis der Treibstoff leer ist. Und dann wäre man nur, hätte man nur die herbe Beschleunigung gehabt, also so ein Gravity Assist, bringt schon recht viel, ähm, er wird jetzt auch nochmal quasi nach hinten blicken und 10 Tage lang Fotos von Erde und Mond machen und die ersten Bilder vom Flyby, also die Fotos, die Osiris Sachs da gemacht hat, sollen am Dienstag, also morgen, abgesehen von unserer Aufnahme, veröffentlicht werden, was auch ganz interessant ist. Und er wird dann 2018 mit den ersten wissenschaftlichen, August 2018 mit den ersten wissenschaftlichen Forschungen beginnen, ähm, kommt dann im Oktober 2018, genau, wird es die ersten Bilder von Benno geben, die ersten detaillierten Bilder, er wird dann ein paar Jahre um Benno herumfliegen und dann 2020, ähm, irgendwann im Juli, äh, den Roboterarm herabsenken auf, äh, Benno, ähm, und die haben da so eine Technik entwickelt, wo sie quasi wie so einen Staubsauger haben, wo sie dann kurz Luft durchpusten, so ein bisschen Staub aufwirbeln und den dann quasi in den, äh, Sammelkammern einsammeln und dann wird der Arm wieder eingefahren. Und 2021 wird, äh, wird, äh, Osiris Rex dann die, äh, den Asteroiden verlassen und wenn alles glatt läuft, wird am 24. September 2023 in der Wüste in Utah eine kleine Kapsel an einem Fallschirm, Fallschirm herunterschweben, wo, ähm, circa 69 Gramm, äh, Asteroid drin sein wird. Wenn alles gut geht, ähm, ist ja nicht das erste Mal, dass jemand versucht, sowas zu machen. Ja. Man erinnere sich an die, äh, japanische Sonde Hayabusa, der Wanderfalke, der unterwegs war zu einem Asteroiden, dessen Namen mir nicht einfällt. Äh, Hayabusa meinst du? Ja. Mal kurz nachschauen. Das war der Asteroid, äh, Itokawa. Itokawa, genau. Ähm, ja, das hat ja nicht allzu gut geklappt. Man hat irgendwie so drei Staubkörner oder so dann doch noch gefunden, aber mehr halt nicht. Ähm, ja, man wird sehen. Also von, von Bennu gibt es, äh, Radaraufnahmen. Mhm. Hatten wir gerade das Thema von. Hatten wir ja gerade das Thema. Ähm, aber man weiß so ungefähr, wie das, wie das Ding aussieht. Äh, was natürlich auch heißt, dass der, dass der Asteroid relativ nah an der, an der Erde und relativ nah an der Erdumlaufbahn dran ist. Und, äh, entsprechend relativ wenig, ähm, relativ wenig, äh, Manöver geflogen werden müssen im Vergleich zu den meisten anderen Asteroiden. Ja. Und, ähm, ähm, Osiris-Rex hat sein Manöver auch so gut vollzogen, also sie sind exakt in dem Flugfenster, in dem sie sein wollen. Also sie müssen mit Osiris auch nicht mehr viel korrigieren. Und, äh, ja, also das Manöver war sehr erfolgreich und, ähm, wir werden schöne Familienporträts von Erd und Mond rausbekommen jetzt erstmal morgen am Dienstag. Ja, hat man nicht allzu oft, dass, ähm, ja, dass irgendein, äh, Raumfahrzeug, äh, in der Nähe von Erde und Mond, also, äh, ja, rumfliegt, ähm, halt in der Nähe im Sinne von immer noch weit genug weg, um beide auf einem Bild zu haben. Ähm, ja, außer halt irgendwelche, irgendwelche Mars-Missionen dann so, wenn sie gerade wegfliegen und der Erde nochmal auf Wiedersehen winken. Jo. Gut, ähm, was haben wir noch? Du hast, also, sowohl ich als auch du, wir haben die Ariane 6 irgendwie, äh. Dann lass mich das mal zuerst machen, dann kannst du da gut einsteigen. Okay. Ähm, es geht um Ariane 6. Die haben nämlich ihre ersten, ähm, Aufträge bekommen, nämlich zweimal zwei Galileo-Satelliten, die quasi im Tandem 2020 und 2021 mit einer Ariane 6-2, also mit zwei, äh, Boostern an der Seite, es gibt jetzt in der Welt... Noch mal zwei Stück jeweils? Äh, äh, also so hab ich das, so hab ich den... Oder zwei Aufträge? Zwei Aufträge mit jeweils zwei Satelliten. Okay. Wieso würdest du das, äh, bestreiten? Ja, nee, äh, äh, das ist, okay, das ist, das ist die Größenordnung, die dann auch die Sojus macht. Also zwei Ariane 6-Raketen werden ein, werden, will launch pairs of Galileo-Navigation-Satellites. Jo, okay, gut. Also so wie ich den Artikel lese, sind das jeweils zwei, insgesamt vier. Ja, ja, ähm, nee, es wundert mich, weil eigentlich die Ariane 6-2 deutlich leistungsfähiger als eine Sojus-Rakete ist. Und was hattest du denn dann gedacht, dass sie drei starten oder wie, oder vier? Vier. Aha, okay. Ja, aber es ist ja nur eine 6-2 und nicht eine 6-4. Naja, die 6-4 beziehungsweise auch die Ariane 5 ist mit vier Satelliten eigentlich schon mehr als unterfordert. Ähm, deswegen hat mich das jetzt sehr... Also was natürlich, was natürlich sein kann, also das ist ja ein Auftrag von der ESA selber und vielleicht haben sie das aufgeteilt, um so ein bisschen das Ariane 6-Projekt... So ein bisschen das Risiko rauszunehmen, ne? Das, ja, genau, das kann dann sein, dass sie das Risiko rausnehmen wollen, dass sie nicht dann vier Satelliten auf einmal verlieren. Äh, und halt vielleicht, dass man das auch so ein bisschen, dass man die Rakete mal ein bisschen öfter starten kann. Ja, ähm, für wann sind die vorgesehen? Ähm, Ende 2020, Anfang 2021. Ja, das könnten dann die ersten beiden Flüge sein. Das sind die ersten beiden Flüge. Das sind die ersten beiden, ist das bestätigt? Äh, oh, nee, warte, es sind auf jeden Fall die ersten Aufträge, die sie bekommen haben. Die ersten Aufträge? Stimmt, das so recht, genau. Ja, äh... Ich hoffe nicht, dass es der allererste Flug der Ariane 6 sein wird. Ich befürchte es halt. Ähm, dann machen sie wieder den gleichen Fehler. Ja, also, ich, ich weiß es nicht. Ich hab nicht so das Gefühl, dass die aus ihren, dass die daraus gelernt haben. Irgendwie. Ah, ja. Ähm, ja, weil, wie gesagt, also 2018 sollte der, sollte der... Ja, warte, ganz kurz. Ich hab eine super Überleitung. Also, ähm, was nämlich auch noch in dem Artikel erwähnt wird, ist, dass, ähm, dass es eine Option drauf besteht, dass, wenn die Ariane 6 nicht, äh, rechtzeitig fertig wird, dass man die dann trotzdem noch mit, äh, Soyuz-Raketen starten kann. Und jetzt kommst du und erzählst uns, warum vielleicht die Ariane 6 nicht rechtzeitig fertig wird. Ja, ähm, warte mal, ich seh hier gerade, äh, die Übergangsphase ist für 2020 ist genau eine Rakete, eine Ariane 6 vorgesehen. Ja, wird ja passen. Ja, dann wäre das die erste. Aber erzähl uns doch mal, warum jetzt sich die Ariane 6 verschiebt. Ja, nee, die, die verschiebt sich nicht. Immerhin. Okay. Ah, nee, sie wird teurer, stimmt, du hast recht. Sie wird teurer, ja. Eins von den beiden ist es halt immer. Von Space Intel Report gibt's einen Artikel, der da, äh, ja, der rausgekommen ist. Und, äh, da stehen Preise drin, ähm, und zwar für die, äh, ja, für Launch-Services, also für, für Start-Service, ähm, mit 85 Millionen US-Dollar, ähm, nach der Zeit, also das ist definitiv nach derzeitigen US-Dollar-Kurs gemeint und die haben dort auch irgendwo noch, also irgendwo haben sie auch noch eine Angabe, wie viel es derzeit, äh, wären 70 Millionen Euro, wären heutzutage, ähm, 83,6 Millionen US-Dollar, also zum Zeitpunkt, als das geschrieben wurde. Ähm, ja, und das ist erheblich teurer, als, äh, ursprünglich mal gesagt wurde. Also, äh, ursprünglich hieß es, die Ariane 6, und zwar die 6.4, die große, soll 85 Millionen Euro kosten für den Start und die kleinere, ich glaub 65 oder so, oder, ja, was in der Größenordnung. Ähm, jetzt soll die kleine 85 kosten und die große 130 Millionen US-Dollar und die große umgerechnet in Euro wären sowas wie 108 Millionen. Und, äh, ja, 108 Millionen Euro sind erheblich mehr als 85 Millionen Euro. Da hast du recht. Also, ähm, ja, äh, und es, ich sehe auch nicht, dass die, dass die Kosten sich, also, dass der Preis sich, äh, erheblich von den Kosten irgendwie unterscheiden würde. Ähm, alles, was gesagt wird, ist praktisch, äh, dass jetzt keine, ähm, dass keine Subventionen mehr gezahlt werden müssen, anders als bei der Ariane 5. Ähm, jeder Ariane 5-Staat wird ja bekanntlich, äh, mit 20 Millionen Euro, äh, subventioniert, damit, äh, der Start nicht 170 Millionen, sondern nur 150 Millionen Euro kostet. Mhm. Ähm. Tja. Tja, das war absehbar. Dass es teurer wird. Ja. Ja, ist das dann nicht schlimm? Naja, ich, es war halt, wie gesagt, irgendwie, ich, ich hab halt irgendwie gesehen, okay, 50 Prozent der Kosten, wie wollt ihr das machen? Und ich bin ja letztes Jahr schon bei der Ariane Group gewesen, äh, auf der Internationalen Luftfahrtausstellung hier in Berlin. Mhm. Und hab mich mit denen unterhalten und hab da halt keine überzeugende Antwort gekriegt. Jetzt weiß man mal, warum. Äh, also keine, ja, keine überzeugende Antwort, warum es so viel billiger würde. Ähm, klar, du hast mehr Integration, äh, du hast, äh, den horizontalen Aufbau und so weiter, ähm, aber wie gesagt, ich, ich hatte halt irgendwie nicht so das, das Gefühl, dass jetzt ja ein überzeugendes Argument gekommen wird, äh, deshalb wird das jetzt so viel billiger, dass wir für den halben Preis die gleiche Leistung bringen können. Und, äh, ja, das hat sich jetzt leider bestätigt. Hm. Was echt, äh, ja, weiß nicht, bisschen, ein klein, ein klein wenig verarscht wird, man sich dann halt doch, also, wo es absehbar war. Vielleicht wussten die das ja auch letztes Jahr noch gar nicht, dass es jetzt doch teurer wird. Tja. Ja, man muss ja immer, man muss ja so die Sachen abwägen. Also du sagst jetzt, das ist jetzt hier alles Vorsatz und du wurdest hier. Ich sag nicht, nö. Oder man wurde hier in das Licht geführt. Also so klinkt das für mich. Ich sag mal, ich fühl mich da, ich hab gesagt, ich fühl mich ein bisschen verarscht, nicht völlig. Äh. Ich hab da schon noch Strenge, ich hab da noch, also da ist noch Platz in der oben, nach oben offenen Verarschtheitsskala. Ja, okay, noch sehr viel Platz. Ähm, nee, ich, es ist halt wirklich so gewesen, es war absehbar, dass, äh, dass die, die Maßnahmen so nicht, nicht ausreichen, weil, äh, die Technik im Wesentlichen noch die gleiche war. Äh, auch wenn das Vulkan-Triebwerk billiger würde, auch wenn die Integration jetzt halt horizontal ist, ähm, dafür hat man jetzt eine andere Oberstufe, die möglicherweise teurer ist, da schweigt man sich aus über Preise. Ähm, ja. Ja, das ist halt, äh, ja, ich hätte mich halt echt gefreut, wenn man diese 50 Prozent, äh, weniger Kosten hingekriegt hätte. Aber das kam halt so aus der, aus der Hüfte geschossen. Ähm, zusammen mit dem, was ja auch die Vulkan-Rakete, nee, nicht die, die Vulkan-Rakete von der ULA und, äh, die, die neue H3-Rakete oder wie auch immer die hieß, also die, die neue japanische Rakete, die halt dann auch plötzlich nur noch halb so teuer sein sollte, so in Reaktion auf SpaceX. Ähm, was dann, was halt alles so gleichzeitig kam und irgendwie beschlich mich ja von Anfang an das Gefühl, ähm, na, wenn daraus mal was wird. Ne, äh, und ja, wird, wurde ja jetzt irgendwie bestätigt, ne. Es sei denn, es stellt sich jetzt raus, dass die, äh, äh, dass Ariane Space, äh, aus irgendwelchen Gründen versucht, ähm, äh, den Preis so anzusetzen, dass ihr noch, äh, wie viel auch immer, ähm, 25, äh, Millionen Euro, äh, an Profit daraus zieht. Das glaube ich nur gerade nicht. Also, ja. Ja, also ich, ich weiß jetzt da wenig um deine informierte, ein informiertes Gegenargument zu stellen, ähm, aber, ja, also ich, ich glaube nicht, dass da so viel Böswilligkeit hinterher steckt. Ne, nicht unbedingt Böswilligkeit, aber das war halt irgendwie so, es war halt irgendwie absehbar, dass die, dass die Einsparungen so nicht kommen werden. Ja, aber besser als, also nicht, dass es dann irgendwie heißt, wir haben zum Beispiel wenig Geld am Schluss. Ja. Ich meine, die haben immerhin, äh, ich weiß nicht, wie viel Milliarden, dreieinhalb Milliarden oder so wollen sie investieren. Äh, zweieinhalb von der ESA, eine Milliarde von Ariane Space oder was in der Größenordnung zumindest. Ähm, halt die haben jede Menge Geld investiert und dann, äh, dann doch nicht die Einsparungen rausbekommen, äh, die sie versprochen haben. Äh, das ist dann doch irgendwie, es ist enttäuschend. Es ist, also ich, nicht unbedingt, nicht unbedingt so verarscht, aber halt, es ist enttäuschend, dass es dann halt doch wieder so gekommen ist, wie es halt absehbar war. Ne? Ja. Weil, also wenn die das, wenn die das geschafft hätten, also ich wäre doch relativ begeistert gewesen, wenn die das durchgezogen hätten. Ähm, aber, ja, ist halt nicht. Mhm, ja. Gut, äh, dann haben wir das Thema Ariane, glaube ich, damit abgeschlossen, oder? Ja, mehr oder weniger. Für diese Folge. Ähm, jetzt komme ich mal, äh, zu meinen, zu meinen großen Themen, beziehungsweise das Thema, was bei mir oben auf der Liste steht. Ähm. Ja, keine Sorge, wir sind erst knapp zwei Stunden in den Podcast dran. Ich will heute Abend noch Star Trek schauen, das, das muss im Hinterkopf behalten. Ähm, denn, äh, kommen wir wieder zurück zur International Astronomical, Astronautical Conference in Adelaide. Ähm, da gab es jetzt schon eine, eine Art Leak, ähm, nämlich, dass Russland, also Roskosmos, äh, mit, ähm, der NASA kooperieren will beim Bau einer zislunaren Raumstation, also dem sogenannten Deep Space Gateway, was ja die Amerikaner bis 2030, ähm, um den Mond herum aufgebaut haben wollen. Und, ähm, das, das ist ganz interessant, weil da gab es eine sehr heftige interne Diskussion bei Roskosmos, weil, ähm, das eigentliche Ziel ist ja, dass man bis, äh, 2020, also in den 2020er Jahren, also dem Jahrzehnt, einen, einen Russen auf den Mond bringen wollte. Und, ähm, äh, dann hat, äh, dann war es also, also entweder man investiert das Geld jetzt, um mit den Amerikanern diese Raumstation aufzubauen, oder man, äh, investiert das Geld, um eigene, eine, eigene Mondrakete zu bauen. Ähm, und man hat sich jetzt dazu entschieden, äh, den ersteren Plan zu verfolgen und, äh, mit den, mit der NASA zusammen diese Raumstation aufzubauen, vor allem, weil diese Mondrakete jetzt schon wieder verschoben wurde und beides zu teuer ist. Es gibt da das, äh, ZNIMASCH. Genau. Das, äh, Technologische Institut für Maschinenbau, was, äh, also ein sehr großer Thinktank auch ist und was solche Sachen immer gerne durch, oder was solche Sachen jetzt durchgerechnet hat und hat sich dafür ausgesprochen hat, dass man doch mit den Amerikanern kooperieren sollte. Ich verweise auf die Folge, äh, die letzte oder die vorletzte Folge, die mit der Sojus-Rakete jedenfalls, der neuen Sojus-5-Rakete. Ja. Ähm, da, da hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet, äh, dass die eventuell angedacht ist, äh, ausgebaut zu werden, ähm, halt mit noch vier Boostern an der Seite und noch einer besseren Oberstufe, um damit dann halt eine richtige Schwerlastrakete dann halt auch für Mondflüge draus zu bauen. Äh, insofern die dafür Geld bekommen. Und, äh, ich glaube, jetzt hat sich, äh, das damit, äh, geklärt. Genau. Zu Ungunsten dessen. Ja, ähm, das muss ja aber auch nicht unbedingt heißen, dass man die Pläne auf Eis legt, weil, ähm, die, ähm, die, ähm, die NASA und ihre bisherigen Partner bei diesem Deep Space Gateway, das soll ja auch, also im Grunde läuft's auf eine ISS 2.0 hinaus im Lunaren Orbit. Also das machen jetzt nicht nur die Russen und die Amerikaner alleine, sondern, also die ESA und so wird ja auch daran beteiligt sein und alle anderen raumfahrenden Nationen. Äh. Vielleicht auch die Chinesen. Ich wollte grad fragen. Das, äh, schauen wir mal, ob die ihr eigenes Ding drehen. Ähm, und man will auch daran arbeiten, ein, sozusagen einen Mondshuttle zu bauen, was dann Flüge zwischen der Station und der Mondoberfläche ermöglicht. Dieser Cislunare Orbit ist anscheinend nicht so super geeignet, um, äh, von dort auf die Mondoberfläche zu fliegen. Ähm, aber man ist doch da. Man, man sollte erstmal kurz sagen, äh, Cislunar heißt irgendwie die, die Sites des Mondes. Genau. Es ist so ein, es ist dann ein sehr airiger Orbit, dass man halt auch immer so ein bisschen an der Erde vorbeifliegt. Also es ist ein sehr exzentrischer Orbit, den man dann um den Mond fliegt. Ah, okay. Also Cislunar bedeutet auch, dass es quasi, ähm, ja. Also, äh, dass, dass man hin und her fliegt. Hm, okay, äh, ich, ich muss jetzt tatsächlich mal kurz gucken, äh, weil ich war mir nicht ganz sicher. Region outside Earth's atmosphere extending out, äh, to just beyond, ah, okay, bis knapp hinter den Mondorbit also. Ähm, ja, das ist tatsächlich so, so ein, so ein etwas, äh, etwas merkwürdiges Ding. Aber, ähm, ist schon sinnvoll, weil man dann an der Station hat. Die alle paar Tage mal wieder in die Nähe der Erde kommt. Genau. Und, äh, man kein, äh, keine großen Ansprüche an irgendwelche Rettungsboote stellen muss, was, äh, Streibstoffreserven und funktionierende Triebwerke und so weiter angeht. Ähm, und halt relativ schnell wieder auf die Erde zurückkommt, wenn es sein muss. Was so schlecht nicht ist. Genau. Ähm, und. Im Gegens, übrigens, äh, im Gegensatz zu Translunar-Raum, äh, der dann jenseits des Mondes ist. Das habe ich übrigens gelernt, äh, von den Gallischen Kriegen von, äh, Julius Cäsar. Hast du die letzte Hardcore-History-Folge gehört? Ähm, nicht nur die. Äh, es, es gibt, es gibt, äh, diverse YouTube-Kanäle, die, also irgendwie, das, das, ich wurde irgendwie mit diesen Gallischen Kriegen, äh, von allen möglichen Seiten bombardiert. Ähm, auf YouTube, auf, auch noch, äh, irgendeinem anderen. Ähm, ja, dann halt hier, äh, der, der History of Rome-Podcast natürlich, äh, also von diversen Seiten und irgendwo habe ich es dann gelernt, äh, es gab halt das Cis-Lunar, äh, das Cis-Lunare, Cis-Alpine Rom, das Trans-Alpine. Das Trans-Lunare Rom. Genau, na, das, das wird noch eine Weile brauchen, bis der Papst dann da ist. Ja. Ähm, genau, und das ist sehr interessant, äh, dass man sich sozusagen das Know-how, ähm, für so eine Mondlandefähre oder einen Mondshuttle jetzt mit den Russen sozusagen ins Haus holt, weil, ähm, RKK Energia, ähm, hat in den letzten Jahren offensichtlich sehr intensiv an Mondlandefahrzeugen geforscht. Und hat da jetzt anscheinend sich ein schönes Know-how aufgebaut, was ja die Amerikaner nicht mehr haben. Und, ähm, das könnte richtig spannend werden. Also, ähm, ich, ich sehe da, ich sehe da eine gute, also das ist eine sehr interessante Kooperation, die jetzt stattfindet, dass man dieses Deep Space Gateway jetzt halt nicht nur für Deep Space Gateway Sachen benutzt, sondern damit auch relativ komfortabel die Mondoberfläche bereisen kann. Hm. Ja, also, ähm, das Problem, das man halt hat, äh, wenn man so einen cis-lunaren Raum, äh, Orbit hat, äh, ist halt, wie gesagt, du hast eine langgestreckte Ellipse und, äh, wenn du dann in Mondnähe bist. Bist halt sehr schnell. Bist halt, ja, noch schneller, als wenn du in einem normalen Orbit um den Mond wärst, musst halt erst abbremsen. Genau, das, das meinte ich, dass so ein cis-lunare Orbit nicht super praktisch ist für Mondleitung. Und, äh, du hast halt, äh, als Bremsbelag, äh, maximal unten dann die, die Mondoberfläche. Und, äh, Lito-Breaking hat sich noch nicht bewährt. Von daher, ähm, äh, hast du keine andere Chance, als einfach mit Raketentriebwerken abzubremsen. Was halt das große, der, der ganz große Nachteil von, äh, von Flügen zum Mond ist. Also, der Treibstoffbedarf, äh, für Flüge zum Mond ist, äh, mindestens genauso groß, wie für Flüge zum Mars. Mhm. Geht nur schneller. Ja, da fehlt halt noch der Weltraumfahrstuhl. Ja, den man theoretisch bauen könnte. Also, äh, das ist... Ja, theoretisch kann man den schon seit 1960 bauen. Ja, ich weiß nicht, wann Polyamid, äh, entwickelt wurde, also so Kevlar. Ich glaub, da würde dir jetzt Markus Landgraf aufs, aufs Dach steigen, wenn du jetzt hier behauptest, dass man den einfach bauen könnte. Naja, so einfach nicht, aber, äh, das Material ist schon mal vorhanden, im Gegensatz zu, im Gegensatz, äh, zu irgendwelchen... Aber wie lange, wie, wie lange kann man das bauen? Äh, naja, äh, also es gab so Berechnungen, die ein paar Tonnen, äh, sind. Also, das kann man, das kann man durchaus, äh, das, das ist schon, es ist durchaus realistisch. Es ist nicht, es ist keine totale Spinnerei, das Ganze auf dem Mond, äh, zu bauen. Ja, auf dem Mond, aber ich mein halt auf der Erde. Auf der Erde nicht. Ja. Nee, aber... Das sagt er, das sagt er auch mit Markus Landgraf, dass der Weltraumfahrstuhl auf dem Mond wesentlich realistischer ist, als auf der Erde. Genau. Ähm, und du könntest dann halt, äh, auch die Landungen sicherlich, äh, energiesparender auf dem Mond machen. Ähm, aber muss halt erstmal gemacht werden und, äh, der Teufel liegt ja meistens im Detail. Genau. Also, äh, physikalisch gut möglich, der Rest, äh, ist dann Ingenieurskunst, aber, äh, keine Sorge, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Ja, ja, ähm, genau, also... Es kann sich also nur um Jahrhunderte handeln. Zurück zum Thema, die Russen kooperieren mit, äh, der NASA. Das ist noch nicht offiziell bestätigt, das soll jetzt auf der IRC bekannt gegeben werden. Ähm, heute Morgen war ja Head of Agencies Pressekonferenz. Da haben sie aber anscheinend nichts darüber erzählt. Ich, soweit ich nie, ich hab auf jeden Fall nichts mitbekommen. Bin ich mal gespannt, wann sie das bekannt geben werden offiziell. Weil bis jetzt gibt es nur einen Artikel von Anatoly Zag, äh, bei Popular Mechanics. Ich vertraue dem da, der ist ein relativ guter Raumfahrtjournalist, gerade was Russland angeht. Aber es gibt noch keine offizielle Bestätigung. Ja, auf jeden Fall, ähm, eine schöne Wetterpolitik zwischen, äh, den USA und Russland. Äh, man fragt sich für wie lang und mit welchen Hintergründen. Ja. Und nicht immer, wenn zwei Leute schön Wetterpolitik, äh, zwischen, äh, Russland und irgendeinem anderen Land gemacht haben, ist das gut ausgegangen. Ähm, lassen wir es dabei bewenden. Okay. Willst du mal wieder was erzählen? Ähm, ja, wir hatten die Chinesen gehabt, ähm, ob die irgendwie auf dem Mond landen, das werden wir noch sehen. Äh, also landen auf jeden Fall, äh, erstmal ohne Menschen auf jeden Fall. Ähm, ja, ist ja einiges angedacht. Jungle, Jungle 4 ist noch nicht geflogen, Jungle 5 ist noch nicht geflogen. Also, da wird man einiges zu erwarten haben. Ähm, da wird mit Sicherheit irgendwas, äh, irgendwas auch mit Menschen nochmal dran, dabei vorkommen. Äh, wäre natürlich toll, wenn es die, wenn es die Chinesen schaffen würden, die erste Frau auf den Mond zu bringen. Äh, vielleicht lassen sie sich da nicht die Butter vom Brot nehmen, aber naja, man darf, äh, man wird sehen. Ähm, ja, äh, was die auf jeden Fall machen und, äh, sehr stark vorhaben, ist eine neue Raumstation zu bauen. Ähm, die, äh, Tiangong 2 ist ja jetzt mehr oder weniger ausgedient. Ähm, zumindest, äh, was, äh, ja, was halt Besatzungen angeht. Also, äh, das ist jetzt halt wirklich ein, ein komplett leeres Raumlabor, das allerdings in letzter Zeit immer noch angeflogen wurde von einem Raumfrachter, nämlich ein Tianzhou-Raumfrachter. Ja, und, äh, diese Raumfrachter werden dann auch für die Tiangong 3, äh, ja, zuständig sein. Und, ähm, ja, witzigerweise, das sind Raumfrachter, die basieren letzten Endes auf, äh, der Tiangong 1 Raumstation. Das heißt, man hat eine Raumstation genommen und die zum Frachter umgebaut. Ja. Ist doch mal, ist doch mal ein neuer Einsatz, oder? Ja, ja, also besser als andersrum. Ja, äh, naja, äh, den Vorschlag hat's auch gegeben. Also, äh, die, das, das ATV, äh, das Automated Transfer Vehicle von der, von der ESA, äh, gab durchaus Pläne, dass man das Ding nicht nur als Raumtransporter benutzt, sondern auch als eine kleine Raumstation. Ja, so viel Unterschied ist ja da nicht. Nö, so richtig viel ist da nicht ein Unterschied, äh, es fehlen halt die Fenster. Ähm, ja, äh, was, was ich etwas merkwürdig finde, ist, dass diese Tiangong Frachter, ähm, ich glaub, eine Tonne weniger Nutzlast haben als, äh, das ATV, aber sieben Tonnen weniger wiegen. Äh, also sechs oder sieben Tonnen leichter sind. Äh, und ich hab nicht so ganz rausgefunden, woran das liegt. Ähm, wobei ich sagen muss, äh, ich fand's immer merkwürdig, dass das ATV 20 Tonnen wiegt. Und, äh, dabei nur sieben Tonnen Nutzlast hat. Ähm, also, äh, ich, ich bin da irgendwie nicht durchgestiegen, ähm, es gibt auch, es gibt auf der ESA-Webseite, äh, Angaben, aber die widersprechen sich. Also, wenn man da, äh, die, die diversen, äh, Nutzlasten, äh, so aufaddiert, äh, da kommt man nicht auf 20 Tonnen, sondern irgendwie auf 23 oder so, äh, das ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Ähm, ja, äh, ich, ich wüsste halt wirklich gerne, wieso das ATV so schwer ist. Hat mit Sicherheit Gründe, äh, Gründe, die ich nicht kenne. Ähm, ATV basiert übrigens, ähm, auf dem LMP, boah, nee, wie ist das Ding? Multi-Purpose, ich weiß schon gar nicht mehr, also, ähm, warte mal, Shuttle Cargo Module, wie heißt das Ding? Multi-Purpose Logistics Module, M, MPLM, ähm, die halt mit dem Space Shuttle hochgebracht wurden und dann, äh, die Raumstation mit Fracht versorgen konnten, äh, ohne dass man, äh, praktisch vom Frachtraum aus über eine Luke das Ganze erst durchs Shuttle und dann vom Shuttle durch die Luke in die Raumstation bringen, äh, musste. Und übrigens benannt nach, äh, also es gab davon vier Stück, äh, mit den Namen Donatello, Raffaello, Michael, äh, Michelangelo und, äh, äh, Leonardo. Und, äh, du kennst sie alle, oder? Ja, die Ninja Turtles. Genau, und, äh, es gab dann auch Mission Patches, äh, hat man extra die, äh, die Typen angefragt, die, die, äh, die Urheberrechte von, ähm, den Ninja Turtles haben. Und hat sich dann irgendwie geeinigt, äh, dass man dann die Mission Patches, äh, dass man für die Mission Patches, äh, einen, äh, Ninja Turtles, äh, entwickelt hat, der dann halt mit Raumstation, äh, mit, mit Raumanzug, äh, auf dem Mission Patch auftaucht. Ja, guck, ich kann mal, sieht man das? Ah, ja. Relativ cool. Ja. Sieht relativ cool aus. Ähm, ja, und, äh, auf der Basis hat man dann praktisch das ATV entwickelt. Vielleicht kommt daher die zusätzliche Masse, dass das halt irgendwie, äh, alles ein bisschen wild zusammengestöpselt ist und nicht völlig effektiv ist. Äh, keine Ahnung. Bin mir da echt nicht sicher. Ähm, ja, und, äh, auf jeden Fall, das chinesische Pendant, äh, hat, äh, mehrere Andock-Versuche unternommen. Also nicht nur Versuche, sondern, also Versuche und zwar erfolgreiche Versuche, ähm, bei der auch dann, äh, Treibstoffe, transferiert wurde, äh, von dem Frachter auf die Raumstation und, ähm, ja, ist halt klar in, in Vorbereitung auf die, äh, auf die richtige Raumstation Tengung 3. Und, äh, die wird dann halt kommen, ich glaub 2020, 21 oder so ist das vorgesehen. Mhm. Wird, äh, wird, äh, 60 Tonnen Leergewicht haben und, äh, ja, so Größenordnung mir Raumstationen sein. Äh, wird, äh, irgendwie drei Andock, äh, Schleusen haben. Äh, es gibt da, es gab da so ein nettes Bild, äh, wo drei, äh, Raumfrachter andocken. Ja, wird man sehen. Ähm, auf jeden Fall, das wird dann so die, die neue internationale Raumstation mit chinesischer Beteiligung sein. Und die ESA hat, glaub ich, jetzt auch schon angekündigt, dass, äh, ein Astronaut oder eine Astronautin da hinfliegen wird. Ja, da haben wir doch letztes, oder vorletztes Mal drüber geredet. Es gab ja diese Trainingsmissionen und das soll ja darauf hinführen, dass ein ESA-Astronaut, eine ESA-Astronautin zur chinesischen Raumstation fliegt. Ja, ich glaub, ich hatte da irgendwie was Konkreteres auch jetzt zwischendurch gelesen. Ah, okay. Bin mir aber nicht mehr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Jo. Naja, wie auch immer. Das ist also, ähm, China. Ja, lass mich mal ganz kurz noch ein was zu Raumfrachtern sagen. Ja. Und das nächste Thema gleich mit abhaken. Äh, ein Raumfrachter wurde ja entwickelt von, ähm, von Orbital Sciences, äh, der Zygnus-Raumfrachter. Man wird sich erinnern, äh, das sind diese Dinger, die ursprünglich mal mit der Antares-Rakete gestartet wurden, äh, bis die beim vierten Flug, äh, formschön explodiert ist. Und seitdem mit Atlas-Raketen fliegt, äh, und zwischendurch einmal mit einer neuen Form der Antares-Rakete und jetzt erstmal nicht mehr oder wie auch immer. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Orbital Sciences wurde ja zwischendurch, äh, von, ähm, Alliant Tech, nee, wie heißen die Dinger? Äh, also von ATK jedenfalls aufgebaut, äh, aufgekauft, äh, den, äh, wie sagtest du immer so schön, den weltgrößten Hersteller von Kleinkaliber-Munition? Ich sag das nicht, das sagen die. Das sagen die, okay, ja. Sagen nicht der größte Hersteller, sind der größte Lieferant von Kleinkaliber-Munition ans amerikanische Militär. Ja, genau. Und, äh, jetzt wird Orbital ATK aufgekauft. Äh, ach ja, übrigens, es gibt da irgendwie so ein, ein, ein Verfahren zwischen, ich glaub, der Bundeswehr und Orbital ATK. Aha. Äh, wegen irgendwelchen Umbauten von Heckler und Koch 416 Kleinkaliber-Gewehr. Verfahren meinst du gerichtliches oder Kooperation? Nee, nee, richtig. Irgendwie gab's da ein Problem. Also, deswegen hat irgendwie Orbital ATK, äh, äh, ein bisschen Stress, glaub ich, mit der Bundeswehr. Hm. Ah, genau, hier steht's, Orbital ATK klagt gegen Heckler und Koch. Wegen Wunderwaffe, äh. Ach ja, stimmt, stimmt, das war irgend so ein kleiner Granatwerfer. Wunderwaffe XM25. Ja, so ein Granatwerfer war das. Genau. 25 Millimeter Granatwerfer. Befeeds enemies behind covers. Hm. Ja. Okay. Genau. Ah, heißt auch, äh, äh, wie heißen die, äh, Aligned Tech. Aligned Tech, genau. Das waren die ursprünglich. Aligned Tech Systems. Ja, und die sind, die haben damals übrigens, äh, Theocall aufgekauft. Und Theocall, äh, könnte man kennen, äh, äh, von, ähm, der Challenger-Explosion. Und von, äh, der Explosion, äh, von dem Pepcon-Desaster. Ähm, ja, Pepcon war die Firma, die die beliefert haben mit, äh, mit dem, äh, Treibstoff für die Feststoffbooster. Unter anderem halt, äh, Ammonium-Perchlorat, äh, das, äh, in der Pepcon-Fabrik in Texas, äh, formschön in die Luft geflogen ist. Ja, Explosionen sind immer formschön. Äh, ähm, genau. Und Orbital ATK wird jetzt gekauft von? Northrop Grumman. Und, äh, also Grumman kennt man vor allem, wenn man sich so ein bisschen mit der Apollo-Geschichte beschäftigt hat, weil Grumman, äh, ich glaub, jedenfalls sehr stark in den Bau der Land-, Mondlandefähre und der, also. Ich glaub auch Gemini oder so. Ja, genau. Also, die, die tauchen halt in dem Zusammenhang immer wieder auf. Ja. Ja, ähm, die kaufen die jetzt halt auf, äh, sagen, ja, das passt so gut zu uns. Also heißen die jetzt Northrop Grumman Orbital ATK oder heißen die Orbital ATK Northrop Grumman? Äh, Northrop Grumman ist definitiv, äh, die, die werden die, die größeren Teil. Also Northrop Grumman Orbital ATK heißt es dann in Zukunft. Ja. Bitte merken. Irgend so was. Ähm. Aber zum Glück heißt es sich Northrop Grumman Orbital ATK Theocall. Ja, oder irgend so was. Äh, keine Ahnung. Vielleicht auch noch irgendwas mit Alliant rein. Also Northrop Grumman Orbital Alliant Tech Systems Theocall. Ja, irgend so was, ne? Ja, genau. Keine Ahnung. Ähm, ist, äh, das, äh, auf der Fortune 500-List, äh, der größten operat, äh, amerikanischen, ähm, Firmen ist Northrop Grumman. Auf der Nummer 124 und, äh, dürfte jetzt noch etwas höher kommen. Äh, äh, ja. Äh, bekannt für so große Erfolge wie den B2-Bomber, die F-18 Hornet, äh, und Super Hornet und sonst was. Äh, also, ja, F-16, Fighting Falcon und bla. Ja, diverses, diverses andere Zeug. Äh, ich müsste gucken, was die noch alles. Ja, also, äh, jede Menge Kriegszeugs halt. Mhm. Äh, wenig überraschend. Jo. Ja. Was, was, was sollte man sonst noch sagen? Also, äh, ja, ich, äh, es gab irgendwie in meinem Leben ein paar Wochen, aber wirklich bloß ein paar Wochen, den fand ich Orbital Sciences cool. Äh, und das waren die paar Wochen, nachdem ich, äh, ähm, ein, äh, auf, im, im NASA Spaceflight Forum, äh, einen Eintrag gefunden hatte, der halt, in dem halt beschrieben wurden, so die, die frühen Tage von, äh, von Orbital Sciences, als die die Pegasus-Rakete entwickelt haben. Und, äh, das ist schon eine coole Story gewesen. Ich müsste jetzt suchen, wo das, wo das genau steht. Und, äh, da fand ich die cool. Irgendwie ein paar Wochen später wurden die dann halt von ATK aufgekauft. Danach waren sie nicht mehr der Underdog. Aber sowas sind überhaupt nicht mehr. Nee, das, das garantiert nicht. Ähm, aber ich kann jetzt gut in mein nächstes Thema überleiten. Ja. Nämlich, Orbital ATK hat mit dem Bau eines Satelliten begonnen, nämlich dem MEV-1, dem Mission Extension Vehicle. Denn, äh, übrigens, übrigens nicht erstaunlich, äh, Orbital Sciences, äh, ist, war zumindest, äh, der größte Satellitenhersteller der Welt. Ich, ich, ich meinte es auch so ein bisschen ironisch, das erstaunlicherweise. Okay, ja. Ähm, also das Mission Extension Vehicle, was, äh, das erste, ähm, im, im Weltraum Reparatur-Satellitenprojekt werden soll. Ähm, vor allem für den größten Kunden von Orbital ATK, nämlich Intelsat. Ähm, ist ja ein großer, Intelsat ist ja ein großer Kommunikationssatellitenanbieter. Ähm, ich verweise an dieser Stelle auch gern an, auf die, äh, Chaos Radio Express Folge, die, ich glaub, die letzte. Ähm, ähm, über Satellitenkommunikation. Hm. Hast du die gehört? Nee. Das ist richtig interessant. Äh, die erklären mal, was man mit so diesen ganzen Satelliten macht, die wir, über die wir immer reden. Ähm, ich such das gerade, Chaos Radio Express. Gib mir eine Sekunde. Bei Gelegenheit, bei Gelegenheit wäre ich mir. Genau, Satelliten, genau. Es geht über Satellitentelefonie, etwa zweieinhalb Stunden, also tatsächlich sehr kurz. Mit dem Nibbler, den kennt man ja auch, auch von Twitter. Ja, irgendwie. Und das ist richtig spannend. Also reden so ein bisschen über Redium, äh, genau, Inmarsat. Äh, das ist, äh, richtig spannend. Genau, also Intelsat ist der größte Kunde von Orbital ATK und für das bauen sie jetzt auch das MEV. Ähm, in dieser MEV-1-Version, ähm, soll es sich einfach an einen, äh, kaputten Satelliten andocken. Ähm, relativ simpel, über, also setzt sich dann quasi wie so ein Lego-Baustein über die Düse, also über die Antriebsdüse des Satelliten und übernimmt dann für den Satelliten alle Manövrier-Aufgaben, sodass dieser Satellit weiter betrieben werden kann. Ähm, äh. Ja. Sorry, ich, ich hab grad gegoogelt. Ja. Nach MEV-1. Ja. Mach mal. Hm, wie mach mal? Mach mal. Gegoogelt mal kurz nach MEV-1. MEV-1, bin ja gespannt. Virusfiller. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ah, den Film hab ich sogar gesehen. Äh, ja, also es gibt einen Film namens Contagion, äh, und, äh, da gibt es halt ein, äh, ein Virus offensichtlich und der heißt MEV-1. Ja, Contagion, der ist mit, ähm, mit, äh, Matt, Matt Damon. Ähm, ähm, von Steven Soderberg tatsächlich sehe ich grad. Ja. Ist gar nicht so schlecht, also ich fand er damals nicht so schlecht. Ja, äh, ich, ich frag mich bloß gerade. Äh, äh, Leute, ihr seid eigentlich gut mit irgendwelchen Akronymen. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so bekannt. Äh, wenn's das Erste ist, was man findet? Mission Extension Vega. Naja, gut. Ähm, ja, was schreiben sie denn? Äh, genau. Äh, sie wollen, ähm, äh, den Satelliten, äh, fangen sie an zu bauen. Anfang 2018 soll er dann integriert getestet werden und Ende 2018 ist dann der Start geplant und, ähm, erste Service-Mission dann ab 2019 für Intelsat. Ah, okay. Ist jetzt grad der, ist grad die Zeitlinie. Ähm, und sollen. Okay, ich seh grad, ich seh grad, was der machen soll. Ja, sich einfach andocken, hab ich doch erzählt. Genau, der soll einfach bloß andocken und dann praktisch, äh, das, ja, den Antrieb übernehmen. Genau, Antrieb und, äh, drehen und also alle Manövrierfunktionen, die so ein Satellit so selbst machen soll. Also im Grunde, im Grunde könnte man das als Satellitenrollstuhl bezeichnen. Ja, okay, aber dann, dann ist es halt kein Reparatursatellit. Ja, ja, passt doch auf, das ist ja nur MEV1. In Zukunft soll nämlich, ähm, Reparatur, Zusammenbau, Nachtanken und auch In-Space-Transport, wo ich noch ganz genau weiß, was das bedeuten soll, übernommen werden. Aber das ist halt noch nicht von MEV1 möglich. Das ist, da geht's jetzt erstmal, ich glaub, was sie da vor allem testen wollen, ist dieser Andock-Mechanismus, den sie da eingebaut haben. Okay, äh, dann, dann hattest du, dann hattest du bloß im Workflow, äh, das, äh, kein wenig missverständlich reingeschrieben. Ja, ich, 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 ich hab ja meine eigenen Notizen, ich hab ja hier sehr ausführliche Notizen gemacht. Das Workflow hab ich ja geschrieben, bevor ich recherchiert hab. Jo. Ähm, ja, äh, auf die Art und Weise macht das sogar Sinn, glaub ich. Also ich find, für das MEV1, dass man das einfach andockt und dann wie so ein Rollstuhl benutzt, das find ich eigentlich ganz spannend, so als erste Idee. Ja, äh, vor allen Dingen soll das Ganze ja gemacht werden mit Satelliten, die noch sehr gut funktionieren. Die soll, die auch, äh, stabil im Weltall, äh, sind. Genau, es ist ja ein Mission Extension Vehicle, nicht ein Mission Saving Vehicle. Ja, oder irgend sowas. Und, äh, ja, das macht Sinn. Ähm, weil, äh, wenn du einen Satelliten hast, der sich irgendwie wild dreht oder so, äh, dann, dann werden. Beim Andocken nicht so, nicht so einfach. Nicht so günstig. Dann, ja, äh, wurde schon öfters mal diskutiert, dass man irgendwie halt, äh, an außer Kontrolle geratene Satelliten, dass man die irgendwie runterholt aus dem Orbit, ne? Und da ist das halt das ganz große Thema. Äh, was machst du, wenn dieses Ding sich wild irgendwie dreht? Äh, wie kriegst du das zu fassen? Äh, wie kannst du das abbremsen, ohne dass du, äh, halt deinen, äh, eigenen Satelliten irgendwie wild ins Schlingern bringst? Oder, oder, äh, zerlegst oder so. Das ist halt ein sehr ernsthaftes Problem dabei, ne? Ähm, aber wenn das Ganze funktionieren, Satelliten sind, dann macht das Sinn. Ja. Und, ähm, genau. Start für 2018, Service Up 2019 steht zur Verfügung. Und wo du gerade von sich wild drehenden Objekten im Weltraum geredet hast, da leite ich jetzt gleich mal in mein nächstes Thema über. Äh, wir sind gleich durch, keine Sorge. Ähm, nämlich hat eine deutsche Forschungsgruppe vom Max, genau, das Max-Planck-Institut für Solar System Research, wie heißt das auf Deutsch? Äh, äh, Sonnensystemforschung. Genau, das Max-Planck-Institut für Erkundung, Erkundung des Sonnensystems. Für Sonnensystemforschung, nennen sie sie selber, hat, äh, steht auf jeden Fall so auf der Webseite, hat ein, ähm, ein neues, äh, ein neues Typ an Objekt im, äh, Sonnensystem entdeckt. Nämlich ein, äh, binäres Asteroidensystem, was sich wie Kometen verhält. Ähm, was ich sehr spannend fand. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ähm, ich will Details wissen. Okay, also, es gibt ja im, ähm, Asteroidengürtel hinter Mars sogenannte Main-Belt-Comets. Also irgendwie, ich hab das Paper gelesen, die nennen, also die nennen diese Asteroiden Main-Belt-Comets. Ähm, das sind Asteroiden. Die, ähm, Eisfelder haben, die dann, wenn sie nah genug an die Sonne, äh, rankommen, äh, anfangen zu sublimieren. Und dann halt... Main-Belt-Comets. Genau. Okay, ja, gibt's im Wikipedia-Eintrag? Genau. Das ist wieder, ich weiß, sehr, sehr professionelle Recherche, aber, ähm... Jetzt lass mich nochmal ausreden, Frank. Ja. Sonst meckert der Lutz wieder. Ähm, 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 also diese Asteroiden verhalten sich halt wie Kometen. Ist so ein bisschen, ähm, äh, Quarks-like-a-Duck, äh, Warks-like-a-Duck ist aber ein Asteroid. Ähm, und, äh, was sie jetzt entdeckt haben, ist, dass es ein, ähm, ähm, dass es auch häufig binäre Asteroiden gibt, also die dann irgendwie, äh, sich umeinander drehen. Und das haben sie jetzt erforscht, wie das passieren kann. Nämlich dadurch, dass diese Sublimation, ähm, wirkt, äh, hat einen, wie nennt man Talk auf Deutsch? Drehmoment. Ja, genau. Genau, also diese Sublimation, also dass da Eis ausgestoßen wird von diesen Eisfeldern auf den Asteroiden, ähm, erhöht den Drehmoment, Drehmoment so ein Asteroid. Und wenn halt sich so ein Asteroid anfängt ganz, ganz schnell zu drehen, dann brechen die halt auseinander. Ja? Genau, ja. Genau. Und, ähm, sie haben jetzt ... Da gibt's diverse, da gibt's diverse physikalische Effekte, die, äh, langsam, aber sicher dazu führen, dass du halt einen gewissen, äh, äh, Drehimpuls dann bekommst. Genau. Ähm, warte mal, warte mal, wie war das? Ähm, der Drehimpuls, das ist das, was, was ein Objekt hat, äh, wenn es sich dreht, äh, das ist sozusagen die Trägheit, äh, der, der Drehung, die das Objekt hat. Und, äh, das Drehmoment ist, glaub ich, das, was den Drehimpuls dann erhöht. Genau. Aber ich bin, äh, ich bin dadurch, dass ich so viel Englisch lese, äh, 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 das finde ich da komplett durcheinander, weil, weil, äh, irgendwie so, äh, mit, mit Moment und Impuls haben die's so. Also, das ist, äh, sehr merkwürdig. Ähm, ja, sorry. Genau. Und, ähm, sie haben jetzt ein Asteroiden, ein binäres Asteroidensystem erforscht, nämlich, äh, Main Bay. Welt Asteroid 288p, ähm, wo sie dann entdeckt haben, dass der, also, sie haben vorher gar nicht gewusst, dass es ein binäres System ist. Und, ähm, sie haben jetzt entdeckt, dass das sich halt wie ein Komet verhält. Und das ist eine neue Klassifizierung, die sie halt hier aufgemacht haben. Also, ein, ein, ein kometenhafter, ein binäres kometenhaftes Asteroidensystem. Ähm, und was jetzt, was jetzt einzigartig an 288p ist, ist, dass, ähm, er erst so einen exzentrischen binären Orbit hat, also, dass sie sehr exzentrisch umeinander kreisen. Und, ähm, dass, ähm, sie etwa gleich groß sind, die Objekte. Also, dass, äh, dass die, dass die Differenz zwischen den beiden Teilen nicht wirklich groß ist. Ja. Und, ähm, sie erforschen jetzt gerade daran, dass die Sublimation, ähm, eine signifikante Rolle auch bei der Entwicklung des binären Orbits spielt. Also, dass die sozusagen so Eisjets haben, die dazu führen, dass sie sich umeinander drehen. Mhm. So wie ich das jetzt verstanden hab. Also, ich hab den, ich hab versucht, so aufmerksam wie wirklich dieses Paper zu lesen. Aber ich, mit meinem... Das musst du mir mal, das musst du mir mal verlinken. Ich hab mir das nicht durchgelesen. Ja, das verlinke ich dir. Das ist auch nicht super lang. Ähm, aber ich, ich, ich fürchte, dass ich da vielleicht ein bisschen was missverstanden hab. Ich versuch's jetzt so gut wie möglich wiederzugeben, weil ich das wirklich spannend find. Also, das... Es macht jedenfalls, es macht jedenfalls Sinn, weil es gibt einen Effekt und, äh, ich weiß jetzt auch, wieso ich mir den nicht gemerkt habe. Er heißt, äh, Jarkowski-O'Keefe-Razjevski-Paddock-Effekt. Kurz, JORB. Äh, der sorgt dafür, dass sich, äh, drehende Asteroiden langsam, aber sicher immer schneller drehen. Ähm, liegt daran, äh, wenn du, äh, du hast so einen Asteroiden und der wird ja von der Sonne angeschieden. Ja. Ne, und heizt sich dabei auf. Ja. Dann dreht er sich weiter. So, was heißt das jetzt? Äh, das heißt, er wird aufgeheizt, soll heißen, auf der einen Seite davor ist er kalt. Auf der anderen Seite, dort, wo er sich gerade in den Schatten dreht, da ist er warm. Äh, auf der warmen Seite strahlt er mehr Wärmestrahlung ab als auf der kalten Seite. Nun wissen wir aber vom guten Herrn Einstein, äh, dass die, äh, Wärmestrahlung oder, also jede Form von Lichtstrahlung und Wärmestrahlung ist auch bloß Licht, äh, auch einen gewissen Impuls hat. Ah, okay. Mini-winzige Effekt, der sorgt tatsächlich dafür, äh, dass du halt, äh, ja, ein kleines bisschen, äh, 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 ein kleines bisschen Drehmoment bekommst und das Ding sich dadurch immer und immer weiter und schneller, äh, dreht, äh, bis es halt irgendwann so schnell sich dreht, dass die, äh, dass die Kräfte, die den Asteroiden zusammenhalten, äh, sei es nun, äh, irgendwie, ähm, die, die molekularen Kräfte oder irgend sowas, oder halt die Gravitation und ich glaube, das dürfte alles, das dürfte eigentlich immer die Gravitation sein, äh, dass diese Kräfte halt dann, ähm, ja, nicht mehr ausreichen, um das Ding noch zusammenzuhalten. Und dann, äh, ja, können die sich halt in, in zwei oder mehr Teile, äh, zerlegen. Mhm. Ja. Der Yorp-Effekt. Y-O-R-P. Ah, davon habe ich, habe ich in dem Ding auch gelesen vom Yorp-Effekt. Warte, was schreiben sie denn dazu? Ähm, genau, es gibt den Yorp- und den By-Yorp-Effekt. Oh, noch einer, verdammt. Genau, ähm, genau, und genau, das, das, äh, ja, genau, das musst du, das musst du nochmal durchlesen, ich habe das nicht so super verstanden. Auf jeden Fall, es gibt eine neue Klasse an, an Asteroiden, Kometen. Ich fand das einfach lustig, dass es, äh, dass es ja immer so wichtig ist, dass man so als erstes lernt, das ist ein Asteroid und das ist ein Komet, aber das sind zwei unterschiedliche Sachen und jetzt gibt es Asteroid, äh, kometenhafte Asteroiden. Ja, naja, im Prinzip ist halt, ja gut, also, das Ding hat seinen Schweif daher, dass die Dinger vor relativ kurzer Zeit auseinandergebrochen sind und, äh, irgendwelches volatiles Zeugs im Inneren halt rauskommt. Ja, aber das haben die auch schon vorher. Mhm. Also die haben den, die haben die Kometentätigkeit auch schon, bevor sie auseinanderbrechen. Das ist ja das, was zum Auseinanderbrechen führt. Das geht ja hier nicht um den Yorp-Effekt, sondern um die Sublimation von Eis. Ja. Ja, aber die meisten, die meisten Asteroiden, äh, haben ja, sind ja nicht mehr aktiv. Ähm, also muss dann ja irgendwie einen Grund gegeben haben, warum die wieder aktiv geworden sind, weil unser Sonnensystem gibt es jetzt schon zwei, drei Tage und, äh. Sieben Tage mindestens. Hast du nicht die Bibel gelesen? Ach, ja. Und, äh, ja, also irgendwie, irgendwie muss dann ja einen Grund geben, äh, warum die aktiv werden und, äh, ja, möglicherweise ist einfach bloß, dass die sich immer schneller drehen und, äh, dabei irgendwelche Risse oder irgend sowas. Ich hab keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich so, so, äh, frei spekuliert von mir, ja. Ähm. Ähm, und ja, ich weiß, ich hab schon wieder, ich hab keine Ahnung gesagt, was der Lutz immer ganz furchtbar findet. Aber ich hab wirklich keine Ahnung, das ist so. Ja, das ist ja auch gut. Besser tiefstapeln als hochstapeln. Äh, genau. So. Was haben wir denn noch alles? Wir haben, ja. Wollen wir mal, äh, also, ich weiß, dass... Willst du heute noch Star Trek gucken? Ich will heute noch, es tut mir leid, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich will heute noch Star Trek schauen. Mindestens eine Folge. Und der Frank hat hier noch zwei lange, ich weiß, dass sie lange werden, diese Themen. Ähm, ich würde vorschlagen, äh, zur Feier des Tages werden wir diese Themen aufs nächste Mal verschieben. Verschieben. Ich spreche jetzt noch ganz kurz über Launcher One und dann beenden wir die Sendung. Genau. Genau. Äh, denn Launcher One... Wir sind schon fast bei drei Stunden, ne? Ach, ne, drei Stunden sind's nicht, warte mal. Ne, zweieinhalb. Zweieinhalb, genau, zweieinhalb sind's. Ähm, Launcher One von Virgin Orbital. Also, darf man jetzt nicht verwechseln, es gibt jetzt Virgin Galactic und Virgin Orbital. Ähm, und die einen fliegen, also Orbital fliegt weiter als Galactic, das darf man jetzt, darf man nicht verwechseln. Ähm, also Virgin Orbitals hat ja diese, diese, diesen Launcher One, also diese zweistufige Rakete, die man unter eine 747 schnallt. Und die haben dafür einen ersten Auftrag... Mit dem schönen Namen, äh, Cosmogirl, ne? Hm, kann sein. Also, die haben auf jeden Fall einen ersten Auftraggeber gefunden, nämlich die Cloud Constellation Cooperation, den CCC, fällt mir grad auf, ähm, die, ähm, mit, äh, mit, äh, den ersten Starts zwölf Satelliten a 400 Kilogramm ihrer Space Belt TM Constellation, äh, starten wollen. Das TM ist ganz wichtig, ähm, und, äh, das soll ab 2019 stattfinden. Und, ähm, also für die Cloud Constellation Cooperation ist das besonders interessant, weil die einen sehr niedrigen Inklinationsorbit fliegen wollen mit ihrer Konstellation. Und, und da gibt's halt jetzt ganz viel so Presse-Blabla, äh, PR-Blabla. Äh, wie viel, was für eine Inklination haben die irgendwas gesagt? Ich glaub, 6 Grad? Nee. 6 Grad, also wirklich... Nee, 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 das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Das war was anderes. Ich glaub, sie haben nicht gesagt, welche Inklination sie haben wollen. Sie wollen es auf jeden Fall sehr niedrig haben. Das wäre dann unten niedriger Orbit oder so mittelhoher? Ich weiß es nicht, da musst du die, musst du, das stand nicht im Artikel. Aber was auf jeden Fall interessant ist, also das mit Launcher 1 ist ja ganz spannend, aber ich fand diese, ich fand diese Space-Belt-Constellation sehr interessant, weil das beschreiben sie als Rechenzentrum im Weltall. Das ist nämlich ein Ding, was sie bauen wollen, wo man Daten verschicken, aber auch abspeichern kann, ohne dass das je über terrestrische Kommunikation kommuniziert wird, für Firmen und natürlich auch Regierungen. Ja, sorry, ich musste lachen, ich hab gegoogelt, ich hab die in ihre Seite gefunden. The Information Ultra Highway TM for Enterprises and Governments. Ultra Highway. Ja, sie hat die Datenautobahn ins Weltall. Die 90er haben angerufen. Sie wollen ihre Datenautobahn zurück. Oh Gott. Ja. Okay. Ja, das ist also das und ja, das war genau das, was ich darüber berichten wollte. Also, ich fand diese Space-Belt-Col, Space-Belt, Space-Belt sehr interessant, dass die jetzt da so einen Server in den Orbit setzen, wo du deinen, deine, deine geheimen Sachen drauf hosten kannst, wahrscheinlich gegen sehr viel Geld. Hm. Ja, Solving the Pandemic Cyber Security Crisis. The Information Ultra Highway. Solving the Pandemic Cyber Security Crisis. Also, wenn irgendwas nach Blase klingt, dann das. Sorry, ich kann die nicht ernst nehmen. Ja, auf jeden Fall wollte ich das noch ganz kurz melden und wir, ich bin's gerade ein bisschen rausgekommen, wir beenden jetzt diese Sendung am besten. Genau. Mit der Raketenverhersage. Bin ich soweit durch? Ja. Du bist durch. Ich habe das jetzt gerade entschieden, dass du durch bist. Ich bin durch, okay. Ja. Da haben wir für den 28. September eine Proton-Rocket mit Asia-Sat-9, jetzt bin ich durcheinander gekommen, Asia-Sat-9, sagen wir mal. Übrigens gestartet in der Nacht ist noch Enrol-42. Genau. Mit einer Atlas-5-Rakete. Ist auch erfolgreich, hat erfolgreich seine Spionagetätigkeit aufgenommen. Jo. Ja, Asia-Sat-9, Proton-Rakete. Äh, man darf gespannt sein, ich, 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 ich gönne es den, ich gönne es den Russen, wenn die jetzt aus irgendwelchen Gründen alle Fehler der Proton-Rakete jetzt in den Griff gekriegt hätten. Ich würde es ihnen wirklich gönnen. Ich meine, das ist dann zwar auch wieder so komisch, ne, die, die Rakete ist perfekt, kurz bevor sie irgendwann eingestellt wird. Ähm, aber ich, ich hoffe es einfach mal. Ja. Und dann haben wir eine noch nicht näher spezifizierte Lange Marsch 2D, die hatten wir auch schon letztes Mal in der Vorhersage. Auf jeden Fall wird sie dann irgendwann noch starten. Ähm. Apropos irgendwann starten, äh, die Ariane 5, ne. Äh, die ja am 5. September nicht gestartet ist, äh, die ist für den 29. September angekündigt. Aha, die steht aber hier noch nicht drin. Ach doch, da steht sie. Ich hab's übersprungen. Genau, 29. September, Ariane 5, Intel SAT 37e und B SAT 4a. Hoffentlich ohne technische Probleme, damit die Japaner endlich ihr 8K Ultra HD Service bekommen. Ja, war's schon viel näher an, an, äh, was war das jetzt, äh, was war das, Ultra Highway oder sowas? Ja, ja, Ultra, 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 Dat, Dat Autobahn. Sorry, ich kann mir, ich kann mir so ein, so ein, so ein Bullshit-Text kann ich mir einfach nicht merken. Ähm, und dann haben wir für den 4. Oktober eine Falcon 9 mit Iridium Next 21 bis 30. Jo, äh, und, äh, übrigens Oktober, der 7. Oktober, äh, noch eine Falcon 9 mit SES 11. Und Echo Star 105. Äh, sind das zwei? Sieht so aus. Ja, okay, ja. Und, ähm, schon mal kurz, genau, dann nehmen wir noch den 9. Oktober mit rein, die H2A mit dem Mitschibiki 4 Satelliten. Kommt mir auch so vor, irgendwie, da steht was vom 5. September, ich glaub, da hatten wir, das hatten wir auch schon mal gehabt. Ja, ja, das ist auch schon verschoben, das ist halt alles, äh, im Flux. Ja, ähm, ja, äh, zwei Starts von der, von der Falcon 9 kurz hintereinander. Dieses Jahr haben wir schon 12 gehabt. Ähm, es sollen noch, es stehen noch 10 auf dem Plan. Inklusive, äh, ne, beziehungsweise 9 für die Falcon 9 und ein Falcon Heavy Flug. Ja, schauen wir mal. Man darf gespannt sein. Man darf gespannt sein. Der Elon wird dir gleich was erzählen am Freitag, äh, in seinem Vortrag. Oder er wird vielleicht danach gefragt, vielleicht machen sie die QIQ, also ich erinnere mich noch an die katastrophale Fragerunde nach seinem Vortrag letztes Jahr auf der RSC, wo es um Comics und Weltraumtoiletten ging. Ja, äh, aber da hat er schon angekündigt, dass die Fragen diesmal vorher eingesammelt werden. Okay, gut. Glaube ich. Hoffe ich mal. Also, hat er irgendwo auf jeden Fall mal gesagt, äh, dass das irgendwie so nicht nochmal passieren wird. Äh, was ja auch klar ist, also, ach, Mensch, Leute, das kann man nicht, kann man nicht irgendwie sich vorher überlegen, ob man wirklich, äh, erst kiffen muss und dann in diese, äh, in diesem Vortrag sich setzen muss. Äh, kann man sich nicht überlegen, ob es vielleicht auch unangemessen ist, wenn man eine Frage stellt und erst mal sein eigenes Unternehmen, äh, vorstellt, das mit absolut gar nichts mit SpaceX zu tun hat und dann irgendwie eine Wischiwaschi nicht gute Frage stellt, die überhaupt, ach, ja, sorry, ähm, ja, Menschen. Ja, äh, drei Monate Zeit für zehn Starts. Sportlich. Sportlich würde ich sagen, aber in SpaceX we trust und mit diesen Worten verlassen wir euch und wünschen euch noch schöne zwei Wochen, bis wir dann wieder für euch da sind mit allen aktuellen Themen und dem üblichen Charme, den wir so versprühen. Ich höre jetzt aufzureden. Gute Nacht. Es ist spät. Ja. Es ist nach um elf, äh, Star Trek wartet. Star Trek wartet. Na denn, äh. Live long and prosper. Genau. Live long and prosper. Tschü-dü-lü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.